Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Supershow, heute am Deadline-Day. Wir arbeiten noch an einem Transfer. Wer das sein wird, das erfahrt ihr jetzt. Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020. Bundesliga, Montag, 17 Uhr. Wir freuen uns auf einen anderthalbstündigen, qualitativ sehr hochwertigen Talk über die Fußball-Bundesliga. Etienne Gardet, meine Damen und Herren, schön, dass du da bist. Und Tobias Escher. Nee. Und vornehmlich ich und ihr. Natürlich sehr. Wir haben gleich noch einen Transfer. Wir arbeiten mit Hochdruck hinter den Kulissen. Ihr wisst, die Faxgeräte gehen nur bis 18 Uhr. Danach ist Schluss. Kann man das schon sagen vielleicht, dass wir an dem Transfer arbeiten von Max Gallis? Kann man das sagen? Ich rede ungern über ungelegte Eiligungen. Ja, aber wir sind optimistisch. Das ist im Laufe der Sendung zu uns. Fußballfotograf, ehemals bei den Freekickers auch gewesen. Er hat mit uns damals für ältere Bundesliga-Zuschauer wissens noch, wir haben ja mal hier die Elfmeter-Challenge gehabt, wo Tobias und ich überragend abgestimmt haben, wo man den Skill von uns kurz hat aufblitzen lassen. Ja, ja, ja. Und das war ja auch von ihm organisiert. Er wird heute wahrscheinlich noch im Laufe des Deadline-Days kommen. Mhm. Und ein bisschen was erzählen. Er ist Fußballfotograf, er hat Ibrahimovic fotografiert, er hat Ante Rebic fotografiert und vieles andere. Und er ist Eintracht-Fan. Ja. So ein Zufall. Cool. Ja, wir freuen uns sehr auf ihn. Ganz, ganz cooler Typ. Ihr kennt ihn vielleicht noch, wie gesagt, von den Freekickers. Du musst dazu sagen, Nico hat heute gebeten, aus eigenem Wunsch nicht im Kader sein zu dürfen. Ja. Ist in Philadelphia. Ja, genau. Arbeitet da an Käse. Käse? Nein, ihr wisst es, Nico ist gezwungen, parallel zu seiner Karriere als Rocket Beans Moderator noch anderen Tätigkeiten nachzugehen, weil wir ihn zu schlecht bezahlen, weil ihr uns nicht genug Geld gebt, weil ihr vielleicht noch nicht im Supporters-Club seid. Und deswegen ist er ja nicht da, sondern ist auf irgendeinem unbedeutenden Festival in einem unbedeutenden Land namens USA und ist leider heute nicht hier. Wir freuen uns nicht, dass er nicht da ist, denn er hätte sicherlich heute zu Bremen viel sagen können. Müssen wir ohne ihn machen, werden wir es schaffen. So, wir fangen an mit einer unglaublichen Sensation. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber am Wochenende spielte der designierte Meister der aktuellen Saison Borussia Dortmund beim absoluten Underdog aus Berlin, Köpenick? Union, den Eisernen. Und anstatt eines sehr souveränen Sieges sah man doch tatsächlich eine 1-3-Niederlage der favorisierten Borussen. Leute, darüber reden wir jetzt. Ich glaub, es war eine Achterquote. Ich hatte sogar noch überlegt, ob ich da nochmal beigehen soll, dann hab ich gedacht, es ist Quatsch, das ist verbranntes Geld, warum sollte ich Geld auf Union Berlin setzen? Aber man muss sagen, und ich finde, das ist eigentlich das Kuriose an diesem 3-1-Sieg, nicht nur der Sieg, nicht nur der Punkte, sondern, dass der Sieg vollkommen verdient war. Es war nicht irgendwie, wir schießen ein Tor, stellen uns rein und dann fliegen uns 60 Schüsse ums Tor, die alle nicht reingehen oder so, wie man das vielleicht ab und zu mal sieht bei Aufsteigern, sondern das war eine relativ, ich will nicht sagen dominant, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war schon eine Partie, die einfach mit offenem Visier die Berlin einfach wirklich vollkommen zu Recht verdient hat. Die Tore waren schön rausgespielt, das war nicht irgendwie ein Lack-Sieg, der ihnen geschenkt wurde durch irgendwelche fragwürdigen Schiri-Entscheidungen oder so. Natürlich war Borussia Dortmund schwach, auch einfach von der Einstellung her, von der Körpersprache her, einfach wirklich arrogant ist das Wort, was mir als erstes so eingefallen ist, aber man sollte diesen Sieg von Berlin nicht schmälern, indem man jetzt Dortmund schwach redet, sondern ich fand, es war eine wirklich ansehnliche Leistung vom Aufsteiger. Ich möchte Tobias mal was fragen. Unterstützend zu dem, was sie denn gesagt hat, schmeiß ich mal ein paar Statistiken in den Raum und du sagst mir, welche ist die relevanteste für den Sieg Berlins. Gespielte Pässe, 255 zu 762. Der erste Wert ist natürlich immer Union. Ballbesitz, 26, 74. Zweikampfquote, 32 zu 68. Und Fouls oder Handspiele, 13 zu 2. Schöne Zahlen, die du da rausgesucht hast. Ich kann noch eine schöne Zahl ergänzen. In den ersten 25 Minuten hat der Union Berlin 25 gelungene Pässe. Das ergibt einen Durchschnitt von einem Pass zum Mitspieler pro Minute. Das ist jetzt in einem Fußballspiel nicht allzu viel, wenn man einen Pass pro Minute an den Mitspieler bringt. Hatte man dann schon sehr früh das Gefühl, dass das viel beibesitzt heute wird für Dortmund. Und man hatte in den ersten Minuten das Gefühl, okay, die spielen jetzt erstmal den Gegnern einher. Dann ging Union plötzlich in Führung und Dortmund hat dann ja auch sofort wieder ausgeglichen. Okay, das geht jetzt so ein bisschen wie letzte Woche, als ja auch Dortmund ein bisschen am Anfang geschwommen ist gegen Köln und dann später gekommen ist. Aber man hat, Dortmund hat nie diesen Gang hochgeschaltet. Berlin hat das sehr gut verteidigt. Die haben es ähnlich verteidigt wie Köln. Wer letzte Woche zugeguckt hat, hat ja die Taktikanalyse von mir gesehen. Das war eine sehr ähnliche Art, wie Berlin das angegangen ist mit einem vorrückenden Sechser. Und man hatte dann, ich glaube auch Dortmund hat sich so gedacht, okay, das ist irgendwie so ein bisschen wie letzte Woche gegen Köln. Wir liegen jetzt zur Halbzeit stets, zur Halbzeit stets glaube ich 1-1 noch. Ja, das Tor war dann 2-1, war dann nach der Pause. Steht jetzt 1-1, wir spielen die ein bisschen müde, wir spielen hier noch ein paar tausend Pässe. Wie viele Pässe hattest du gesagt? 700 oder? 760. Ja, 760. Ja, wir spielen halt ganz viele Pässe und irgendwann sind die müde und dann schießen wir das Tor. Aber Union ist nicht müde geworden. Die haben halt einfach immer weitergespielt und Dortmund hat halt nie diesen Schalter, diesen Schalter, dass man auch mal ins Tempo geht. Es war halt immer so passives Ball hin und her geschiebe und Union hat von der ersten bis zur letzten Minute die Kompaktheit gehalten und dann die entscheidende Konter gesetzt. Ich glaube, Dortmund war ein bisschen hochnäsig. Ja, wie gesagt, ja. Und anerkennt das, finde ich, immer an einem Torjubel. Ja, weil wenn Union ein Tor schießt, das ganze Stadion dreht durch, aber auch die Spieler drehen durch. Als Paco Alcacer das 1-1 geschossen hat, das war so ... Wie ein Festspiel. Ja, so als wenn man so einen Betriebsunfall ... Das waren ja nur drei Minuten oder so. Ja, jetzt haben wir das ja wieder korrigiert. Komm, Leute, kein Bock jetzt. Ach, Mann, ey. Komm jetzt so. Ne, das war so, man hat richtig gemerkt, die freuen sich gar nicht so richtig, weil sie das Gefühl haben so, ja, wir sind noch nicht am Ende jetzt mit dem ... Die haben die, glaube ich, gar nicht so wirklich ernst genommen. Genau wie du sagst. Ähm, und die Frage ist, war das ein Kopfproblem? Also haben die vielleicht, sind die mit der falschen Einstellung reingegangen, weil sie Union Berlin total unterschätzt haben? Oder ist es auch ein Qualitätsproblem vielleicht, dass du gegen einen Gegner, der so agiert, nicht die richtigen Lösungen findest? Ja, das hab ich immer vor der Saison ja auch ein bisschen gesagt, hab ich auch hier gesagt. Mir ist diese letzte Saison von Dortmund noch nicht so aufgearbeitet. Ja, da fehlt mir noch die psychologische Tiefenaufarbeitung. Weil es wird ja immer gesagt, Dortmund war nicht reif genug für den Titel, bla bla. Aber sie haben ja in Spielen die entscheidenden Punkte liegen lassen mit Niederlagen gegen Düsseldorf, Niederlagen gegen Augsburg, 0-0 gegen Nürnberg, gegen Teams, die sich einfach hinten reingestellt und nichts gemacht haben. Und da haben sie keine Lösung gefunden. Und jetzt sind wir am dritten Spieltag. Sie haben sich in der ersten Halbzeit gegen Augsburg nicht ganz leicht getan. Sie haben sich gegen Köln 60 Minuten extrem schwer getan. Und jetzt haben sie sich nochmal schwer getan gegen Union, gegen alles drei Teams, die auf Konter gelauert haben eigentlich nur. Und entscheidend ist mal dieses Problem, wie bespiele ich einen Gegner, der tief steht, das hat man noch nicht so ganz raus. Ist das etwas, was die Bayern den Dortmundern voraus haben, weil sie eine andere Spielphilosophie haben und vor allen Dingen auch seit Jahrzehnten das gewohnt sind, dass sie als Ballbesitzmannschaft Lücken finden müssen und dichte Abwehrreihen umspielen zu müssen. Also das geht ja auch einher mit dieser absoluten Favoritenrolle. Und die Dortmunder, die in den letzten Jahren ja auch immer so ein bisschen, mal waren sie ganz oben, wieder ein bisschen weiter runter, müssen die genau das erstmal für sich entwickeln? Ja, also bei Bayern, die gefallen mir am Ballbesitzspiel auch nicht, das mach ich ja auch kein Geheimnis draus, dass das nichts ist. Aber die haben im Zweifelsfall immer noch einen Plan B. Also die haben erstens im Zweifelsfall dieses Bayern-Ding, dass sich dann irgendwie ein Coman oder so einfach am Ball schnappt und dann mal ins Dribbling geht, so dieses gewisse Etwas. Und sie haben Flanken. So, das ist ein Stilmittel, das Dortmund momentan gar nicht einsetzen kann, das sie auch gar nicht einsetzen wollen. Okay. Aber dann hast du natürlich, nimmst du dir natürlich einen Weg weg über die Flügel. Wenn der Gegner dann im Zentrum komplett dicht steht, das hatte ich ja letztens noch erklärt, dann hast du sehr große Probleme als Borussia Dortmund. Das hast du jetzt auch wieder gesehen. Wohingegen Bayern im Zweifelsfall, egal wie schlecht ihr Ballbesitzspiel ist, sie spielen raus auf einen Ausverteidiger, der schlägt da eine Flanke rein, dann ist Lewandowski da. So gefühlt. Das geht immer bei den Bayern. Das ist noch so ein gewisser Qualitätsunterschied. Auch so ein gewisses Selbstverständnis, einfach so eine selbstverständliche Arroganz, dass Bayern nach dem 0-1 zurückkommt, das 1-1 schießt und dann direkt weiter raufgeht und das 2-1 macht. Und nicht wie Dortmund sich dann vielleicht so ein bisschen wieder in diese eigene Passivität reinfällt. Dortmund hat halt immer, das ist so ein Favre-Ding, die haben halt immer so Phasen von so sehr starker Passivität. Ich meine jetzt gar nicht so im Sinne von, dass sie sich an den Strafraum ziehen, sondern einfach, dass sie so komplett ruhig spielen, dass sie komplett das Tempo rausnehmen aus der Empathie. Und das kannst du natürlich machen, aber du... Das ist halt eher was, was ich beim 2-0 machen würde, als beim 1-1 so. Es fehlt halt dieser sechste Gang. Den kriegen sie nicht reingeschaltet. Das hat sie letzte Saison auch schon in der Rückrunde das Problem gehabt, das ist jetzt wieder das Problem. Und natürlich, klar, wenn Witzel fehlt, fehlt dann auch so ein wichtiger Mann, der einfach genau dieses erst mal dieses, wir machen das, kommt Jungs, haut rein. Aber auch der die Pässe einstreut von hinten. Der dann mal mit so einem Pass einfach sagt, so jetzt gehen wir mal alle 10 Meter weiter nach vorne. Ja, dann hat Favre versucht, mit Auswechslung zu reagieren. Da kam erst mal der Hut dann für Delaney. Ist das das, was du meinst, dass man dann eher jemanden, der sehr passlicher ist, sehr technisch stark ist, reinhaben wollte für einen Delaney, der ja eher so ein bisschen andere Qualitäten hat? Guerreiro kam noch für Weigel. Man hat dann halt, das Problem ist, man hat dann halt wieder dieses Köln-Spiel versucht. Man hat dann halt auf 4-3-3 wieder umgestellt, was ich ja erklärt hatte letzte Woche, was gegen Köln sehr gut funktioniert hat. Aber Union hat dann ganz anders gespielt. Union hat sich dann anders aufgestellt, hat sich tiefer aufgestellt und da hat diese Umstellung nicht funktioniert. Und das war dann halt, auch dieser Plan B hat nicht funktioniert. Das war halt alles so ein bisschen lax, auch vom Trainerteam so, muss man da ganz ehrlich sagen. Weil die Wechsel waren jetzt alle nicht so mega inspiriert. Der Hut für Delaney, okay, ist natürlich ein anderer Spielertyp, aber nicht komplett jetzt eine Umstellung. Dann halt dieses 4-3-3, hat halt letzte Woche funktioniert, wird heute schon wieder funktionieren. Das ist dann halt auch ein bisschen zu wenig. Ein bisschen unterschätzt den Gegner. Was denkt ihr zu Lucien Favre? Ich meine, wir haben es in den letzten fast anderthalb Jahren gesehen mit Stöger, mit Bosch, mit Favre. Die Dortmunder sind schon auch, auch gerade das Publikum, die sehen sich ja alle nach einem Klopp Nummer 2, nach einem Menschenfänger. Und ich finde, seit Klopp weg ist, ist ihnen das nicht so gelungen, einen Trainer zu finden, der so ein bisschen diesen familiären Gedanken, den Dortmund auch immer so ein bisschen hatte, so wir zusammen gegen den Rest der Welt. Also ich finde auch, Lucien Favre ist für mich so ein total introvertierter Trainer, der jetzt auch, auch die Interviews von dem sind jetzt nicht gerade mitreißend oder so. Also wenn man sich das so anguckt. Und ich glaube, solche Trainer haben es in Dortmund schwer, wenn sie nicht dann auch großen Erfolg haben. Weil im Erfolg verzeiht man dann vielleicht jede charakterliche Eigenschaft, die einem nicht so gefällt, aber im Misserfolg dann eben nicht. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass diese Baustelle wieder, oder dass das wieder eine Baustelle wird, der Trainerposten in Dortmund. Ich würde jetzt noch nicht anzählen, dafür sind auch die Erfolge zu groß und es kommen auch wieder Gegner, die nicht wie Union oder Köln auftreten. Es waren jetzt zwei Aufsteiger. Es ist halt, das Umfeld ist in Dortmund schwierig, wenn man natürlich erfolgsverwöhnt ist von den letzten Jahren und da auch immer noch so, auch wenn man mit Fans redet, so ein Kloppschmerz da ist, wo man dann irgendwann sagen muss, Jungs, ihr müsst über die Exe wegkommen. Das ist jetzt auch schon, wie lange ist es jetzt her? Wann ist er gegangen? 14, 15? Ist ja auch schon wieder. Fünf Jahre, ja. Ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und da muss man auch irgendwann sagen, es gibt halt nur einen Klopp. Ja, aber es gibt natürlich auch noch Trainer, die anders gebaut sind. Ja klar, aber als ein Favre, was Eddie gerade sagt, stimmt ja, er ist jemand, der sehr viel über diese taktische, über diese Komponente kommt und weniger über dieses motivierende, warme, menschliche Mitreißen. Und den Klopp hat natürlich beides. Aber wenn man sich auch mal grad anschaut, was er aus Liverpool gemacht hat und so weiter, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise jetzt, als ein Favre hat. Und wenn man sich Dortmund das Umfeld kennt, die Südtribüne und so weiter und so fort, ist ja durchaus, finde ich, eine legitime Frage. Aber was wir natürlich auch nicht machen wollen, ist, nach einer Niederlage, die Dortmunder jetzt schwächer reden, als sie sind, vielleicht haben sie das auch mal gebraucht, um zu merken, so, okay, das wird jetzt nicht so leicht, wie wir uns das jetzt gedacht haben. Vielleicht war das einfach noch mal ein kleiner Weckruf. Ähm, das kann ja quasi dann in zwei Wochen wieder ganz anders aussehen, wenn sie da dann wieder liefern. Aber lasst uns doch mal auf einer positiven Note enden. Herzlichen Glückwunsch, Union Berlin. Der erste Dreier in der Bundesliga jetzt mit vier Punkten gestartet. Das sieht ganz ordentlich aus. Und ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man nicht direkt am Anfang in so eine Drucksituation kommt, ähm, wo man merkt, ey, nichts funktioniert. Die Gegner uns alle überlegen, fuck, wir sind hilflos. Sondern ey, die sind gut gestartet. Ja? Ich möchte an der Stelle auch mal sagen, wie geil das Stadion einfach aussieht. Alle in rot gekleidet. Ähm, und die Stimmung, man kann's ja nur so am Fernseher so ein bisschen mitgekriegen. Ich hab ein paar Union-Fans in meiner Instagram-Timeline, hat da ein paar Insta-Stories aus dem Blog, wo man das auch noch mal so ein bisschen mitgekriegt hat. Das ist schon ein geiler Verein. Also, das macht schon Spaß, denen zuzugucken. Und das ist eh immer so kleiner, vermeintlich kleinere Vereine, die dann in der Bundesliga spielen. Diese Dankbarkeit, diese Euphorie, diese Leidenschaft, die dann da irgendwie zu tragen kommt, das ist auch immer wieder schön zu sehen. Deshalb, ähm, ja, gönn ich denen. Ist doch noch mal ein anderer Verein, nicht? Also, war auch ein guter Zeitpunkt. Der Samstag der Sieg war am Sonntag das traditionelle Drachenbootrennen von Union war. Ja, geil. Mit den Fans, und da war die Stimmung dann auch natürlich besser, wenn du 3-1 gewinnst. Klar. Ähm, ist natürlich der Wahnsinn. Es sind aber auch die Spiele, die Union irgendwie, wo sie sich Punkte ergaunern müssen. So, muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil dieser Spielstil ist schon sehr passiv. Ist schon sehr viel mit langen Bällen, du hast es ja gesagt. Am Ende hatten sich 200 Bälle, 200 Pässe angekommen. Aber dann auch, weil in der zweiten Halbzeit Dortmund sehr passiv wurde, blöderweise. Aber wenn du halt in der ersten Halbstunde, wie gesagt, einen Pass pro Minute zum Mitspieler kriegst, dann bist du halt darauf angewiesen, dass irgendwie ein Konter durchflutscht oder dass ein Standard reingeht. Und das sind dann natürlich, kannst du dann eher gegen Dortmund machen. Dann musst du halt dann als Aufersteiger, das ist das, was im ersten Aufstiegsjahr immer diese große Chance ist für dich auch, so blöd es klingt, dass die Leute dich unterschätzen. Was ja jetzt mit Dortmund genau der Fall war. Dass du in die Liga neu kommst, die Leute fahren halt dahin, Aufsteiger, die teilen wir ja schon irgendwie weg, das wird schon irgendwie. Und dann wehren die sich aber mit allem, was sie haben. Und das sind dann halt Punkte, wo du dir dann im Laufe der Saison die nötigen Punkte anhamstern kannst. Wie in Darmstadt das gemacht hat, wie in Ingolstadt das gemacht hat, wie in Düsseldorf das vergangene Saison gemacht hat. Düsseldorf hat ja auch gegen Dortmund und Bayern gepunktet letzte Saison. Ja, so sieht das aus. Also, dann Glückwunsch nach Berlin. Und wir ziehen direkt mal weiter. Und zwar zu einer Mannschaft, die nicht überraschend Tabellenführer ist, aber die, sagen wir mal so, überraschend schnell sich unter ihrem neuen Trainer da wiederfindet, wo sie eigentlich von ihren Ambitionen her sich selber sehen wollen. Nämlich Rasenballsport Leipzig. Neun Punkte als einziges Team die ersten drei Spiele gewonnen. Und das auch relativ souverän. Torverhältnis von 9 zu 2. Das lässt sich schon gut an. Zum einen, wie seht ihr Leipzig? Zum anderen, seht ihr irgendwelche Unterschiede jetzt schon? Ist es schon ein Nagelsmann-Effekt spürbar? Also, das soll Tobi beurteilen. Ich kann nur sagen, ich hab's ja auch vom Spiel gegen die Eintracht schon sehen können. Und was mir da halt aufgefallen ist, ist, dass sie mit ihrer Abwehr wirklich enorm gut schon stehen. Und es extrem schwer ist, gegen Leipzig einfach gute Angriffe zu starten. Und gleichzeitig aber sind sie ja ein eher offensiv ausgerichtetes Team. Also, es ist eigentlich schon eine ganz geile Kombo, wenn du so willst, eine defensiv- stabile Offensivmannschaft. Oh, ich hör gerade am Deadline-Day. Sollen wir den Gast direkt reinholen? Komm, Max. Max ist da. Komm rein, Max. Max Galles. Max Galles. Schön, dass du da bist. Komm rein. Guten Tag. Hallo. Deadline-Day. Heute kann alles passieren. Hier ist dein Platz oben rüber. Schon verkabelt. Perfekt. Schön, dass du da bist, Max. Wir haben schon mal angefangen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Sogar im Deadline-Day-Gelb. Alles gut? Ja. Alles gut. Schön, dass du da bist. Spontan. Espan ist pünktlich hier, muss ich sagen. Hast du Fußballtermine hier gehabt? Ja. Ein Shooting? Nicht viel. Vielleicht in der Pause. ASV. Mikey wahrscheinlich. Nein. Pst. Okay. Dann reden wir gleich drüber. Wir werden heute auch noch ein bisschen natürlich darüber reden, was du so machst. Du bist Fußballfotograf. Du warst bei den Freak. Warst, bist bei den Freak? War. Du hast gesehen, wie ich Elfmeter schieße. Überragend wieder. Du hast gesehen, wie Tobi Elfmeter schießt. Gunnar war überragend. Gunnar war nicht überragend. Ich kann das gleich mit angucken. Guckt es euch die einfach nicht an. Und wir haben dich auf jeden Fall hier schon auf der Liste. Wir reden gleich über dich. Jetzt sind wir gerade bei der Spieltagsbesprechung. Wir sind gerade beim Leipzig-Spiel. Und ich war gerade dabei zu sagen, dass da Offensive und Defensive gleichermaßen gut sind. Ja, vor allem in der Offensive Werner drei Tore geschossen. Ja, klingt erst mal geil. Man denkt, okay, er ist mega befreit aufgespielt. Jetzt nachdem dieses Vertrags hier gerade weg ist. Aber was mir da aufgefallen ist, oder was heißt mir allen? Alter, ist der schnell. Und der hat ja zwei, mindestens, glaube ich, zwei oder drei Tore durch diesen Geschwindigkeitsvorteil überhaupt erst ermöglicht. Ja, wenn man sieht, wie der auf einmal ... Und die anderen sind ja auch alle mega schnell. Also, wenn man sich so einen normalen Bundesliga-Spieler anguckt, ey, sind ja verdammt schnell. Und er ist einfach noch mal schneller. Das war schon ziemlich beeindruckend. Also, für den wirklich so ein Befragungsschlag. Und ich fand auch, dass Leipzig phasenweise recht dominant war. Also, Gladbach hat da, glaube ich, eher so auch emotional viel entgegensetzen können mit dem Stadion, mit der Stimmung da. Aber ich hatte immer das Gefühl, Leipzig ist ein Stück weit reifer und ein Stück weit irgendwie cleverer. Und das war ein absolut verdienter Sieg. Also, es war schon fast erschreckend souverän zeitweise. Nicht immer. Es gab auch starke Gladbach-Phasen. Aber es gab Zeiten, da hab ich gedacht, boah, Leipzig, alter Schwede, in Gladbach, die ja auch, muss man mal sagen, Gladbach hat ganz klar die Champions League als Ziel. Weil wenn du deinen Trainer wechselst nach Platz fünf und am letzten Spieltag die Champions League sozusagen nicht erreichen, wenn du dann den Trainer wechselst, musst du das Ziel haben, dich zu verbessern. Sonst wär das ja albern. Das heißt, Gladbach wäre in die Champions League. So hab ich das noch gar nicht gesehen. Würden sie so aber auch, glaube ich, nicht selber zugeben. Ja, aber ist doch alles andere. Wäre doch Quatsch. Ja, aber mit dem Kader hast du, weiß ich nicht, find den jetzt nicht so geil. Gut, wenn der HSV anklopft, kannst du den Trainer auch nicht halten. Also, Gladbach hat einen guten Kader, aber jetzt nicht einer, wo ich sage, die lassen jetzt zwangsweise Leverkusen hinter sich oder so. Oder? Ich sag nur, was ich da rein deute, wenn ich so einen Move mache, welche Ambitionen ich da rein interpretiere. Ich bin neulich auf Transfermarkt gegangen, weil ich mich ein bisschen geärgert hab, dass die Eintracht irgendwie in der Geldtabelle so weit ist. Und dann hab ich mal geguckt, die Spieler verglichen, da sind ja die Marktwerte immer. Und dann hab ich so gesehen, so Elfedi irgendwie 30 Millionen, Ginter 30 Millionen irgendwie, Innenverteidigung, die angeblich 60 Millionen wert ist. Also, wer macht denn da, also, sorry, so nicht so Quatsch, wer zahlt denn für Elfedi 30 Millionen? Ja gut, aber unsere dicken Procken sind ja auch weg jetzt. Das stimmt, aber ich ärgere mich trotzdem, dass andere Spieler einfach so bewertet werden. Aber das ist, mach doch nicht den Fehler. Was denn? Ich nehm das doch nicht ernst. Ja, aber ich nehm's aber ernst. Das sind Transfermarkt-Marktwerte, die werden von den Transfermarkt-Experten. Ja, aber die geben sich ja trotzdem Mühe. Packst du dich jetzt grad ab, weil Elfedi 30 Millionen auf Transfermarkt.de bewertet wurde? Warum? Ja, weil das nicht in Ordnung ist, weil der nicht 30 Millionen wert ist. Niemand zahlt 30 Millionen für Elfedi. Ja, das ist ja vollkommen random. Wir könnten uns theoretisch hier zusammensetzen. Kostic ist 22 Millionen, da wollen die mich verarschen. Niemand zahlt 22 für Kostic. Exakt, nämlich mindestens das Doppelte. Ja, aber wir könnten uns jetzt hier alle zusammensetzen und unser eigenes Transfermarkt aufmachen und jeden einzelnen Spieler bewerten. Das ist ja auch nachher nicht irgendwie seriös. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwie Bruno Hübner sagt, ja Mensch, die Jungs vom Bundesliga haben mal gesagt, der Elfedi, der ist keine 30 Millionen wert. Und dann wird er günstiger, oder was? Dann wird er günstiger. So funktioniert das ja nicht. Das ist ja einfach random ne Zahl einfach. Ja. Ja, es ist... Also, aus welchen Leuten setze ich das zusammen da? Weil es wird ja schon sehr auf diesen Transfermarkt geguckt. Ja, aber das sind ja einfach Userwerte. Also, das sind ja irgendwelche User, die dann als Perken fungieren, die sich auch sehr gut bei den Vereinen auskennen. Aber da ist jetzt keiner aus dem Geschäft. Naja, aber es ist eine Schwarmintelligenz. Es sind verschiedene User, die zusammen diesen... Und ich finde, die sind schon sehr häufig sehr akkurat. Ja, das mag sein. Aber die Transferwerte werden ja ganz anders bestimmt. Da geht's ja um Vertragslaufzeit, um wie viel Follower hat der Spieler, was bringt der für Sponsoren mit? Wie viel Follower? Das spielt mit rein? Ja, klar. Seriously? Ja, weil da hast du natürlich mehr Wert einfach, der Spieler. Follower. Follower oder Mitglieder? Follower. Follower. Social Media Follower. Mesut Özil ist ja allein durch seine Präsenz in bestimmten Kanälen hat er ja schon einen bestimmten Wert. Ja, Trikotverkäufe zum Beispiel. Also, wenn du jetzt... Es könnte zum Beispiel sein, dass ein chinesischer Fußballer, der mega untalentiert ist, aber der hat 500 Millionen Follower auf Instagram. Und es ist zu erwarten, dass die 100 Millionen Trikots mit seinem Namen verkaufen. Dann erwirtschaftet der dem Verein ja sicher Geld. Also, was ihr sagt, ist die Chance, dass Khloe Kardashian ... Fußballerrippel. ... von einem Fußballverein verpflichtet wird, ist höher als jemand, der gar kein Instagram hat. Ich würde jetzt mal abhängen. Weil sie so viele Follower hat. Ja, zum Beispiel. Aber sie hat sich ja leider gegen den Fußballsport entschieden. Ja, also, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind. Wir waren gerade dabei, das Spiel Leipzig gegen Gladbach zu analysieren. Und ich hatte gerade gesagt, ich fand das phasenweise. Gladbach hatte auch natürlich hier und da gute Chancen. Aber ich fand, so phasenweise hat Leipzig das echt clever gemacht. Und man legt jetzt auch noch nach, glaube ich, Patrick Schick. Kommt aus Rom. Steht das schon fest? Ja, das können wir mal gucken. Deadline-Ding. Also, da haben wir was für den Sturm gemacht. Die Deadline läuft ab langsam, nicht? Die läuft, glaube ich, noch während unserer Sendung ab. Ja. Aber Schick soll in Leipzig ... Da werden die Faxgeräte laufen noch heiß. So ist es. Auch ist hier keine offizielle Vermeldung. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt vielleicht ... Ich finde es interessant, dass jetzt Nagelsmann ... Ich glaube, ich habe es erst mal in seiner Karriere gesehen, dass er so das 4-4-2 spielen lässt. Also, wirklich dieses 4-4-2, wie man es aus Leipzig kennt und wie es die Leipziger Spieler auch kennt. Mhm. War auch eine gewisse Überraschung dann, weil er eigentlich 5-3-2 setzt und das auch in den ersten Spielen sogar in Leipzig durchgezogen hat. Und man hat natürlich gemerkt, dass das kein Nagelsmann-Fußball ist, wie man das in Hoffenheim kennt. Sondern, dass da noch sehr viel Leipzig drinsteckt. Und das macht er auch clever, dass er diese Stärken nutzt, die sie halt defensiv haben und im Umschaltspiel. Und damit dann halt 9 Punkte geholt hat. Wobei er halt nicht auch nach jedem Spiel, jeden dieser Sieger immer gesagt hat, wir brauchen noch mehr Ballbesitzphasen, um einfach das Spiel zu beruhigen. Und deswegen war es ja auch teilweise dann sehr hektisch, weil weder Leipzig noch den Ballbesitz wirklich ausgespielt haben. Und halt immer nach vorne gespielt haben. Das hat er sich ansehnlich gemacht. Aber als Trainer wird's mich dann halt auch, wenn du 2-0 führst, wünschst du dir dann, glaub ich, schon, dass du das lockerer wegruderst, als das Leipzig dann gemacht hat. Gut. Trotzdem finde ich, ist das schon mal ein Ausrufezeichen gegen den direkten Konkurrenten, um die Champions League 3-2-1 auswärts zu gewinnen. Und was, Tobi? Willst du mir schon wieder widersprechen? Ja, du erklärst jetzt hier Gladbach zum großen Friedrich. Ja, natürlich. Welche Ambitionen haben die denn sonst? In der Hackordnung ist doch Leipzig noch einen Tick über Gladbach, oder? Ja, aber so ist das im Tierreich auch. Wenn da ist der Löwe und dann kommt ein anderer Löwe und dann kämpfen die. Und der eine gewinnt und der andere verliert. Und da sind aber beides Löwen. Und die wollen da ran an die Beute. Aber das ist doch eher Löwe und Hyäne oder so was. Alter Schwede, ein Löwe beißt einfach mal ein halbes Hyänenrudel weg. Ja, eben. Und dann meckerst du dann auch nicht die Hyäne nachher an, warum sie nicht 3-0 gewonnen hat. Aber Gladbach, das willst du jetzt sagen, Gladbach ist eine Hyäne. Tobias Escher, Borussia Mönchengladbach ist eine Hyäne. Aber wenn du jetzt in dieser Telmetapher bleibst, gibt es ja Vereine wie Gladbach, wie Wolfsburg, die halt Leverkusen, die halt im Dunstkreis dieser drei Großen sind und halt immer auch darauf angewiesen sind, was die gerade halt schlachten. Mir fällt gerade ein, eigentlich ist Gladbach ja ein Zebra. Das wäre tatsächlich gegen den Löwen ehrlich gesagt noch ein bisschen schwieriger. Fohlen, Fohlen eigentlich. Hör auf jetzt. Wir hören ja gleich auf. Ist gut hier jetzt. Die Tiermetapher gar nicht zu weit zu machen. Aber ich meine damit einfach, dass es ja, gibt ja diese Vereine, die ja, wenn sie unter die Top 3, 4 stoßen wollen, darauf angewiesen sind, dass irgendjemand anderes patzt. Ja. So, dass irgendjemand anders die Gazelle erlegt und dann holen sie sich den Aas. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, dazu würde ich Gladbach zählen. Gladbach ist jetzt für mich kein typischer Top-4-Kandidat. Also, Gladbach ist für mich dann eher so ein Leopard. Also, es gibt schon noch hier und da. Leute, Alter. Nee, ich meine, es geht, also, metaphorisch, aber inhaltlich ist das ja eine gehaltvolle Diskussion. Es geht darum, wo es Gladbach einzuordnen. Und ich erneuere meinen Punkt. Du kannst nicht den Trainer rausschmeißen irgendwie und den ersetzen und dann behaupten, ey, mehr als das, was wir erreicht haben, ist nicht unser Ziel. Das kann ich nicht akzeptieren. Vielleicht wollen sie das auch einfach, dass attraktiverer Fußball gespielt wird. Vielleicht sind sie mit der gleichen Tabellensituation bei attraktiverem Fußball. Ich erinnere damals an Thomas Schaaf bei Eindrad. Er hat, glaube ich, den neunten Platz gemacht. Das war die beste Platzierung, weiß ich nicht, seit langem. Und er ist rausgeflogen, weil man unzufrieden war mit der Gesamtsituation. Keine Ahnung warum. Weil er halt rausgemobbt wurde. Weil er nicht so eine launige Pressekonferenz wie Armin Fee gegeben hat. Aber am Ende des Tages hat's nicht nur was mit der Tabellensituation zu tun, sondern vielleicht auch einfach, ja, keine Ahnung. Aber du hast natürlich recht. Man will sich ja immer verbessern. Aber trotzdem ist es für Gladbach schwer, in die Top 4 zu kommen. Können wir jetzt endlich über andere Vereine reden? Wir können auch einfach jedem Verein ein Tier zuhause haben. Bundesliga-Sprecher. Ein Tier, ja. Welches Tier? Welche Wahl? Einige haben's ja schon. Ich hab vorhin gerade gesagt, Adler ist Zebra, aber Zebras ist Duisburg. Duisburg, ja. Das sind Fohlen. Aber das sind Fohlen, das sind ja Zebras ohne Streifen. Fohlen sind kleine, das ist ja noch eigentlich. Das ist Babypferde. Also, okay, dann lassen wir, ich seh schon, ihr habt alle kein Interesse, noch gehaltvolle Beiträge zu diesem Spiel zu liefern. Da bin ich wohl der Einzige, der das hier messerscharf analysieren möchte. Dann kommen wir doch mal zu einem Ereignis, auf das wir uns hier alle gefreut haben. Wir machen nämlich eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Allerdings ist die wirklich klitzeklein. Sie dauert nämlich, sage und schreibe, einen einzigen Spot. Und dann sind wir wieder da und dann gibt's ein fantastisches Spiel, auf das ihr euch schon freuen dürft. Bittburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bittburger Siegelhoppen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bitt. Na, hab ich zu viel versprochen? Nein, denn ich lüge nicht. Da sind wir wieder nach nur einem Spot. Und ich finde, wir kombinieren das jetzt super. Max, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir kombinieren das direkt mit der Eintracht. Denn du bist ja, eigentlich hast V-Fan, aber du arbeitest für die Eintracht. Und zwar, du hast eine fantastische Vita, weil du hast eigentlich als Mitglied der Freekickers, was der größte Sport-YouTube-Kanal der Welt ist, Der zweitgrößte nach Bundesliga. Du musst das Rocket Beans nicht vergessen. Stimmt. Und du warst da auch vor der Kamera. Das heißt, du hast Groupies und Fans. Selbst wenn da einige dich nicht kennen. Mach doch mal auf. Zeig doch mal, wie ein Freistoß schießt. Zeig das doch mal. Also du warst nicht, du willst nicht, dass man es sieht. Du hattest Optionen, Ich glaube, du warst nicht, wo ich einen guten Freistoß schieß. Andere Leute in deiner Situation wären ausschließlich Instagram-Follower, Instagram-Model gewesen und würden dadurch ihr Geld verdienen. Aber du hast gesagt, du machst was, worauf du Bock hast, was deine Leidenschaft ist. Und mittlerweile bist du tatsächlich Haus- und Hof-Fotograf für die Eintracht. Erzähl mal ein bisschen, wie das dazu gekommen ist. Ja, ich hatte ja meinen eigenen Kanal ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Das ist der einzige, der abgelehnt. Mein kleinen YouTube-Kanal, wo ich so Trickschüsse gemacht hab. Und dann bin ich zu Freaky Gass gekommen. Hab da drei Jahre quasi als Cutter so ein typisches YouTube-Leben. Man hat eine Idee und man macht halt irgendwie alles von Anfang bis Ende. Und ja, nach drei Jahren konnte man sich selber nicht mehr so richtig vor der Kamera sehen. Das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Doch, aber wir haben keine Alternative. Ja, es war einfach so, dass ich Sachen dann gemacht hab, so in diesem YouTuber-Style, wo man am Ende drauf geguckt hat und so gemerkt hat, irgendwie, das ist man nicht mehr. Was hab ich da eigentlich für Quatsch gemacht? Und dann, ja, ich hatte durch Spiegel viele Kontakte in die Sportszene und man hat damals ja schon... Da sehen wir mal ein paar Bilder, die du... Ja, das ist natürlich genau richtig zum... Genau, das war hier mein... Das ist ein berühmtes Bild, ne? Das hast du geschossen? Ja. Du Motherfucker. Das war wohl mein Moment. Das war das Champions League aus gegen Chelsea, als dann die Spieler in die Kurve sind und da getröstet wurden. Genau. Ich weiß auch gar nicht, ob Martin Hinteräger wirklich die Augen zu hat und einfach nur geplinzelt hat. Letztendlich ist egal. Die Geschichte ist so viel besser. Letztendlich ist egal. Ein bisschen Pfefferspray noch schnell mal rein. Warte kurz. Martin, kannst du kurz die Augen schließen? Klick. Und dann hab ich einfach die Kontakte da genutzt und hab so ein bisschen versucht, weiter coolen Content zu machen, den ich ja quasi schon davor versucht hab zu machen, aber halt jetzt ein bisschen mehr Fotos. Aber wie rutscht man da rein? Ich mein, du kommst ja nicht einfach von... Du bist beim Autocor so mit auf einem der Cabrios gefahren, wo die Spieler drin saßen nach dem Pokalsieg. Man kennt die Bilder, wo die in die Stadt gefahren sind. Ich mein, du kommst ja nicht einfach auf so ein Auto drauf, einfach nur, weil du schöne Fotos schließt. Der erste Kontakt mit Frankfurt war, willst du unser Host sein? Wie? Also willst du ein Host sein für ein Format? Das hat man also dieses Problem einmal am Anfang natürlich... Das hat überhaupt keinen Sinn. Weil ich damals quasi noch mehr vor der Kamera war und... Bitch, ich bin seit 20 Jahren vor der Kamera, aber fragt ihr mich nicht? Ich glaub, du müsstest mit dem Fußball spielen dann mit. Ich würd sofort alles stehen und liegen lassen. Ich warte seit 20 Jahren auf den Scheißabend. Ey, du sitzt hier und bewirbst dich gerade bei jemand anderem, das ist die fucking Einde. Das macht doch schon länger, oder? Ja, er versucht es zu verzeihen, aber es ist zum Glück bisher noch nichts passiert. Auf jeden Fall haben die als Host... Liegt es daran, dass ich barfuß bin? Das möchte ich jetzt mal ganz kurz wissen. Ist es das? Was denn? Was war das denn gerade? Ich frage mich, ob es daran liegt, dass ich kein Angebot von der Eintracht kriege. Ist es, ich glaub es nicht. Wieso hältst du Max die Füße unter die Nase? Hab Schnupfen, das ist alles okay. Auf jeden Fall hab ich dann gesagt, dass ich nicht mehr so Host bin, sondern ich mich als Fotografer versuchen kann gerne, so da. Und dann hat's ein bisschen Makroobjektiv von meiner Mutter angefangen. Und die Bilder haben anscheinend gefallen und dann... Irgendwann ist man dann auf dem Autokorse. Und jetzt, wenn man Fußball guckt, zum Beispiel auf Nitro, sieht man beim Eckstoß, seh ich da dich direkt wie so ein Embedded Journalist direkt an der Eckfahne sitzen. Ist immer eher schlecht, als Fotograf im Fernsehbild zu sein. Aber du bist halt mittendrin. Man ist mittendrin. Es ist immer ein bisschen... Auch auf den Aufhandsspielen bei Lazio, als es die fast zu den Szenen kam, wo die Kurve reingebrochen ist, da warst du mitten in diesem Krisengebiet, möchte ich fast sagen. Ja, ich glaub, das coolste Spiel war bisher der FB-Pokalfinale natürlich für mich, weil so viele Emotionen hat man, glaub ich, selten im Spiel. Aber es ist so als Eintracht-Fan, also ich kenn das ja, wenn ich für meinen Verein quasi Bilder mach oder für einen anderen, ist es recht schwierig, weil du das Spiel einfach nicht gucken kannst. Also du musst ja immer aufpassen und ich mach währenddessen noch die Bearbeitung von den Bildern. Das heißt, ich muss die auf meinen Laptop ziehen und muss die bearbeiten und dann raus an die Social-Media-Reaktion schicken. Wirst du pro Bild bezahlt? Also wenn ein Bild von dir genommen wird, kriegst du Kohle? Nee, also es ist nicht so wie bei Zeitungen. Ich hab die Sicherheit quasi, dass man... Also so läuft's nicht pro Bild. Aber man muss natürlich schon eine Masse abdecken und dann ist dann immer so, dass am Anfang, gerade wenn die Spieler reingelaufen sind, oder bei Frankfurt sehr oft die Choreo stattgefunden hat, dann bist du erstmal die ersten sieben Minuten mit halt was anderem beschäftigt und kannst halt nicht gucken und musst dann immer... Du bist dann geduckt über den Laptop und du musst quasi an den Klängen vom Publikum hören, was gerade passiert. Ist meistens... Klappt meistens. Als Fan ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite lebst du natürlich auch einen Traum. Wie ist das... Reist du mit der Mannschaft zusammen, wenn die auf Auswärtsspiele fahrt? Bist du dann mit irgendwie Mannschaftsbus oder wie läuft das? Es ist meistens so, dass die Medienreaktion halt abgekapselt von der Mannschaft ist. Dass die so abgekapselt sind wie möglich. Deswegen Bus eigentlich nie und man sieht die dann doch eher erst im Stadion. Hast du die Nummer von Ante Rebic? Die müssen ja irgendwie ihre Bilder bekommen. Also ja. Ich sage nichts. Aber was ist... Wir haben gesehen, du hast nicht nur Eintracht Fotos gemacht, wir haben Ibrahimovic gesehen. Wieso fotografierst du Ibrahimovic? Es war eine Aktion damals mit Vulkigas und da hatte man Ibrahimovic, glaube ich, für zehn Minuten. Super netter Kerl, der dann wirklich sagt, pass auf, du hast jetzt zehn Minuten mit mir, nutze sie. Entertain mich. Also er spielt diese Rolle auch extrem im normalen Leben so richtig. Aber das war kein Fotojob, sondern es war für ein Video von Freakickers und da macht man natürlich dann auch mal ein Foto. Das ist natürlich auch klar. Aber diese Fotogeschichte, weil du das gerade so ein bisschen erzählt hast, mit dem Makro von deiner Mutter und so, hast du dir das dann beigebracht? Also hast du das für dich dann auch angenommen und gesagt, okay, jetzt will ich fotografieren, lernen? Weil mittlerweile hast du ja wahrscheinlich dann so eine Objektive. Also wie ist das so handwerklich? Also ich glaube, es kommt nicht darum, wie professionell das machst, kommt nicht darauf an, sondern es kommt eher darauf an, dass du weißt, was in Social Media oder was einfach gut ankommt. Und wenn du dann dafür einfach das richtige Equipment dir besorgst, dann ist egal, ob das jetzt eine 2000-Kamera ist oder halt das Objektiv von deiner Mutter. Wenn du einfach weißt, wie du es einsetzt und wie du am Ende was rausbekommst, was einfach gut ankommt, ist eigentlich... Also du bist als auch Autodidaktor, hast ja selber beigebracht. Genau, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt die volle Palette kann, sondern halt das, was ich mache, da versucht man nicht weiterzunehmen. Aber es ist ja schon, wie alt bist du jetzt? 23. 23, ey. Ich meine, es ist schon krass, wie jung du in dieses Business einsteigst. Ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Chance, wenn jetzt auch vielleicht andere dazugucken, weil die Vereine natürlich auch Interesse haben, Social Media ist ein junges Thema und die freuen sich vielleicht auch dann eben, dass sie eben mal jetzt nicht den Vereinsfotograf haben, der 62 ist und der noch mit Money Bins trainiert hat, sondern dass die jetzt junge Leute haben, die wissen, wie Instagram funktioniert, die auch wissen, was die jungen Leute wollen. Ist das auch vielleicht eine Chance für junge Fotografen? Würdest du dir vorstellen, auch für die CSU was zu machen? CSU? CSU. Dann will ich schon mal das Makroobjektiv von meiner Mutter raus holen. Ja, auf jeden Fall, es ist natürlich auch ein großer Grund, dass die wissen, dass ich schon ein bisschen länger auf Instagram bin und da schon immer versuche, den Zeitgeist zu treffen sozusagen und das bringt denen natürlich auch viel Input. Ich weiß nicht, ob ihr, wie ist es bei HSV, wie ist da so die Social? Top. 1A? Ja. Die retweeten mich immer auf Instagram. Nein. Also es kommt schon so langsam durch. Also es wird immer mehr darauf geachtet, dass man halt guten Content hat anstatt Content, wie man sich halt abheben kann. Das kann man halt mit Bildern auf jeden Fall stark. Da passt du, also wirklich, muss man auch sagen, du passt da sehr gut rein, du bist Fußballfan, man kennt dein Gesicht und vor allen Dingen, du kennst dich mit dieser Welt aus und das ist ein Know-how, was viele gar nicht haben. Ich hab jetzt eben einen Witz gemacht mit CSU, aber daran sieht man das ja, da sind irgendwelche Leute, die checken es nicht und die versuchen dann einfach jemanden zu finden, der das irgendwie für sie macht und von daher da hast du natürlich extreme Kompetenzen auch. Deswegen, weil du diese Kompetenzen hast, auch im Bereich Fußball, können wir natürlich auch mal jetzt wieder über euren Verein sprechen, nämlich die Eintracht, die ein schwieriges Spiel hatte, was am Ende nicht unverdient, aber dennoch etwas glücklich mit 2 zu 1 noch gewonnen werden konnte gegen Düsseldorf. Bastos, der Neuankauf, direkt getroffen, das gemacht, was man von ihm erwartet. Wie habt ihr das Spiel denn gesehen? Nicht gestartet, Bastos, fand ich ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, weil, fandst du es überraschend? Ja, also wenn man gesehen hat, dass da noch die komplett, hat schon noch so ein bisschen die Bindung gefehlt zum Rest der Mannschaft, der weiß natürlich, wo das Tor steht und so, aber von den Abläufen her, glaube ich, braucht er da noch ein bisschen Zeit und Hütte hat auch gesagt in der Pressekonferenz, dass er eben noch nicht die Power hat für 90 Minuten. Ich glaube, er wäre auch weniger, er wäre nicht schon zur Halbzeit reingekommen, wenn Jovani nicht so schlecht gewesen wäre. Muss man leider sagen, Jovani ist komplett untergegangen und das war dann, glaube ich, der Grund, Dost die Chance zu geben. Aber er hat natürlich gleich sich eingefügt mit einem Tor für einen neuen Stürmer, ist natürlich eingeführt. Hat er eingenickt. Und gleich mit dem Kopf, dafür wurde er geholt. Was denn? Was guckst du denn schon wieder? Nein, du willst doch schon wieder irgendwas sagen. Ja, aber ich sag das einfach. Warum denn nicht? Ich entertain mich manchmal einfach selbst. Ja, aber das ist halt der völlig falsche Ansatz. Als Moderator einer Sendung. Ja, für mich selbst war es lustig. Mir egal, was ihr davon habt. Wir leben in einer Zeit, in der ein Spruch zu viel deine Karriere beenden kann. Nicht, dass es da viel zu beenden gäbe, aber ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. So schnell geht's nicht, glaubst du mir. Ich versuch's schon seit Jahren. Ja, ich weiß, aber ... Sag jetzt nichts. Jedenfalls zurück zu Eintracht. Du warst ja auch im Stadion. Ich war bei dem Spiel nicht im Stadion. Du warst bei dem Spiel nicht im Stadion. Wenn meine Großeltern eine Diamantenhochzeit hatten. Schön, Donnerstag warst du im Stadion. Donnerstag war. War auch gut. Ja. Also ich muss sagen, ich finde, der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Die ersten 45 Minuten waren wirklich nicht gut, aber Düsseldorf auch, finde ich, besser. Aber man sieht eben auch jetzt, dass die Eintracht ordentlich in die Kaderbreite investiert hat. Und dann kannst du eben noch mal nachlegen, jetzt mit einem Dorst Galzinovic-Sow, der sein Debüt gegeben hat, der ja eigentlich so was ein bisschen wie der Königstransfer war. Man hat ja eine Analyse gemacht letzte Saison, hat festgestellt, du brauchst ein Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Und das war der Wunschspieler von Adi Hütter für fast 10 Millionen gekommen. Den hat er schon in Bern gehabt. Der hat sich dann in der Vorbereitung verletzt. Den hat er in Bern schon gern. Entschuldigung. Aber das sagst du laut. Das ist nicht karrieregefährdend. Und jedenfalls hat man dann in den 10 Minuten hier gespielt, hat er seine Klasse angedeutet. Aber das ist dann eben eine Qualität, die Düsseldorf nicht hat. Die Eintracht dann eben hat, dann noch mal so nachzulegen in der zweiten Halbzeit. Paciencia hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Wenn jetzt noch André Silva kommt im Tausch für Ante Rebic, wonach es aussieht, dann hat die Eintracht schon einen ganz geilen Kader. Auch vor allen Dingen in der Breite. Vielleicht diesmal auch reicht, dass ihnen in der zweiten Saisonhälfte nicht die Luft ausgeht. Also wenn Paciencia jetzt so weiterspielt. Mich würde mal interessieren, ab wann die da oben gemerkt haben, dass Kamada so eine Bereicherung ist. Also wenn jetzt Kamada nicht so eingeschlagen wäre, wie er es gerade einschlägt, dann hätten sie eigentlich auf der Position nur Miat Gazinowic gehabt. Ja, dann hätte sie glaube ich auch noch mal was gemacht. Aber das ist natürlich überragend. Also Kamada ist schon, das hat man in der Vorbereitung schon gesehen, dass der gut ist. Da wusste man, aber da hat man eher so, auch in den Euroleague-Playoffs hatte, das waren eher unterklassige Gegner. Da wusste man nicht, ob er das auch in der Bundesliga zeigen kann. Und jetzt sieht man aber schon, der Junge hat schon ein ziemlich krasses Talent. Wenn der es jetzt noch schafft, sage ich mal, seine sich selbst teilweise auch super herausgearbeiteten Torchancen zu nutzen, dann ist das wirklich ein Spieler, fast ein Neuzugang. Er war ja letzte Saison verliehen, mit dem man nicht gerechnet hat. Man hat ja auf diese Position gesucht. Kevin Prinz-Boateng war ja da irgendwie im Gespräch. Max Kruse hatte man versucht. Also ein Spieler, eine Hängespitze, der sozusagen die Stürmer füttert. Das war ja eigentlich schon der Wunsch von der Eintracht. Da hätte man wohl offensichtlich auch bereitwillig viel Geld in die Hand für genommen. Aber jetzt hat sich Kamada da entwickelt. Tobi sagt da auch mal was. Die Leute sagen, dass immer nur ich über die Eintracht rede, aber ich sag doch nie was. Ich hab's nicht gesehen, muss ich ganz klar sagen. Ja, siehst du, da habt ihr sie, weil den Tobi interessiert, die Eintrachten scheiß. Aber Leipzig wird jedes Spiel geguckt. Was? Weil der ist ein toller Nagelsmann. Der ist doch so, du liebst ihn. Du würdest gern mit ihm in Urlaub fahren. Ja, warum nicht? Ja. Immer so ein schöner Strandurlaub, Saint-Tropez für den Nagelsmann. Toll. Ich war bei Bremen im Stadion, tut mir leid, dass ich da nicht parallel Frankfurt gucken konnte. Ja, parallel. Was machst du denn bei Bremen im Stadion? Noch ein Wort vielleicht zu Fortuna Düsseldorf. Ja, doch, hast ja recht. Seriosität, bitte. Ich bin schon. Kontenance. Wie haben die sich denn geschlagen? Gut. Vielen Dank. Nein, ernsthaft. Der 1-0 geführt, und ich hatte das Gefühl, zeitweise haben sie es echt gut gemacht, und dann vermutlich eher in der 1. Halbzeit und dann zum Ende hin, wo man vielleicht erwartet hat, Frankfurt gehen ein bisschen die Körner aus, die hätten ein schweres Euroleague-Spiel, aber am Ende hatten sie noch mehr entgegenzusetzen als Düsseldorf. Das hat ein bisschen überrascht, oder? Ja, ich hab mir's ehrlich gesagt schon gedacht, weil die ganz schön Gas gegeben haben in der 1. Halbzeit. Und ich mir schon gedacht hab, na, ich bin mal gespannt, ob die das so in der 2. Halbzeit auch dann noch durchhalten können. Aber nee, die haben's eigentlich gut gemacht, und Funkel hat's auch in der Pressekonferenz gesagt, es war eigentlich das beste Saisonspiel von Düsseldorf. Und er kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, außer, dass sie halt sich nicht belohnt haben für diese Leistung. Aber es war im Prinzip schon auch natürlich ein typischer Funkelfußballer hinten aus einer sicheren Defensive und dann Konter starten. Das hat auch gut geklappt. Aber es war halt schon auch mit einem enormen Aufwand verbunden. Und die Eintracht hat dann eben irgendwann in der 2. Halbzeit wirklich den Ball auch ganz gut laufen lassen und die Spieler laufen lassen. Und zum Beispiel das, ich weiß was, das 2-1, ähm, da war, welcher Abwehrspieler von Düsseldorf war das denn? Der hingefallen ist. Ja, ja, der hingefallen ist, der, ähm, Gieselmann. Ja, zum Beispiel komplett platt einfach schon. Das hast du schon, zu dem Zeitpunkt war er aber dann schon gewechselt, konnte nicht mehr wechseln, der konnte einfach nicht mehr. Und wenn dann nochmal eine Garzinovic reinkommt, zum Beispiel, der dann nochmal richtig ankurbelt oder so, dann wird's halt nochmal schwer. Das meinte ich eben, dass die Eintracht da nochmal, ähm, da nochmal drauflegen konnte. Es war halt auch ein, es war auch ein hartes Spiel. Es gab viele Fouls. Der Schiri war ein bisschen komisch, hat ganz komische Entscheidungen getroffen. Es waren viele harte Fouls dabei, äh, viele gelbe Karten. Es kam auch nie so ein richtiger Spielfluss rein. Aber am Anfang war Düsseldorf sehr zielstrebig zum Tor. Sehr viele Torabschlüsse, musste Trapp auch ein paar Mal hin, haben ja auch dieses eine Tor gemacht, was dann abseits war. Ähm, da jetzt vielleicht auch, wenn's da dann schnell 2-0 steht, kommt Frankfurt nicht mehr so schnell zurück. Aber ich fand's auch eigentlich, ähm, verdient, insgesamt. Ja, Frankfurt sogar ein bisschen mehr gelaufen, ähm, als Düsseldorf, Kilometer mehr gelaufen, aber Tor-Schlüsse. Wir haben ja auch da Costa. 14-14, ja, Costa und Costa, schlappt ihr die beiden. Ähm, gut. Ich hab auch noch was für euch. Wer ist der beste Spieler bei Eintracht Frankfurt? Kostic. Ja, im Moment muss man das ganz klar sagen. Der Antreiber. Was ist mit, äh, Hinteregger? Nee, warte, was ist mit Costa? Ey, apropos Costa. Da Costa. Apropos da Costa. Ist das einer für Jogi Löw? Ich würd's dem Jungen gönnen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es dafür ... Nur kurz. Okay. Dafür fehlt es an Konstanz. Noch fehlt es an Konstanz. Das heißt, er ist jetzt an diesem Freitag beim Länderspiel gegen Holland oder die Niederlande, wie's korrekt heißt, in Hamburg leider nicht dabei. Aber vielleicht für die Zukunft ist er einer. Denn auf den Außenpositionen wird immer gesucht für die Nationalmannschaft. Und es werden auch Leute gesucht, die bei der Nationalmannschaft mit dabei sein wollen. Zwar nicht auf dem Platz, ist aber immerhin auf der Tribüne im wunderschönen Hamburger Volksparkstadion. Mit unserem guten Freund von Samsung haben wir nämlich ein Kartenkontingent von 14 Tickets, die wir unter euch vergeben wollen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr über Social Media, entweder über Twitter, at therocketbeans oder gerne auch auf rocketbeans.tv. Da gibt es einen Blog, da erzählen wir euch, wie ihr an diese Karten rankommt. Und wir sind auch da. Mit ein bisschen Glück treffen wir uns auch vor Ort. Dann bitte nicht anquatschen, weil wir sind Celebrities, wir brauchen unsere Ruhe. Ja, sorry, aber das kann man auch mal sagen. Wir brauchen unsere Ruhe im Fußballstadion. Im Fußballstadion, please. Nein, aber im Ernst, vielleicht sehen wir uns da vor Ort. Es gibt da auch so einen Samsung-Kopfballpendel. Samsung Cube. Samsung Cube, wo man so einen Kopfball machen kann. Da wird das Ganze so in Zeitlupe gefilmt. Dann kann man sehen, wie geil man technisch ... Ich hab das schon mal in Wolfsburg gemacht. Ja, das war das Elfmeter? Die Zeitlupe konnte mich nicht einfangen. Zu schnell war's? Der Kopfball war einfach zu krass. Und die haben wirklich mehrmals vor und zurück gespielt. Die haben nur den ... Der Ball war plötzlich weg. Das war einfach krass. Du bist zu schnell. Ja, weil ich einfach hier ... Ich mach aber auch ... Ja, bei dir ist auch einfach die komplette Bewegung. Das ist der Wahnsinn. Musstest du hochspringen? Nee, ich weiß nicht mehr, ob ich da hochgesprungen bin. Du hast ja gesehen, was ich drauf hab, technisch. Wir bringen halt alles mit. Sehr schön. Und leider, trotz dieser Sagenwurmen-Technik, stehst auch du am Freitag nicht auf dem Platz, sondern auf der Tribüne. Wir freuen uns sehr. Ich hab mega Bock. Es ist nämlich ... Ich hab schon mal vor ein paar Jahren, haben wir beide zusammen mal Deutschland, Holland gesehen, Niederlande, auch in Hamburg. Damals, glaub ich, 4 zu 0 oder so. Das war aber nur ein Testspiel. Und jetzt ist es ein EM-Quali-Spiel. Also, es ist ein Pflichttermin. Und es ist auf Augenhöhe. Wir werden beide Mannschaften in Bestbesetzung sehen. Ich hab mega Bock. Und wenn ihr Bock habt, ihr habt's jetzt gehört, followt us. Und dann werdet ihr wissen, was ihr tun müsst. Also, 14 Karten. Vielen lieben Dank an Samsung an der Stelle dafür. Und wir machen weiter mit einem fantastischen Spiel. Ähm ... Werder kann ich ja eigentlich weitermachen. Oder? Werder Bremen, ja. Ich weiß nicht. Kannst du? Kannst du? Ist das möglich? Insider für die Leute da draußen. Ja, machen wir das doch. Ich hab's gesehen tatsächlich, Werder Bremen. Ähm, und ich, ähm ... Ich bin ein bisschen schockiert. Ich hab's ein bisschen schockiert. Also, Augsburg, die Totgesagten, leben etwas länger, haben gar nicht so schlecht gespielt. Haben, ähm, eine rote Karte, eine gelb-rote Karte bekommen gegen Lichtsteiner. Das war sehr prägend für den Verlauf des Spiels. Und da möchte ich auch mal ganz kurz über diese gelb-rote Karte sprechen. Ich fand die nicht spät. Es war auf allen Ebenen, es war echt schwierig. Also, zum einen, Lichtsteiner ist, was, 35? Der hat gespielt bei Juve, ähm, und bei anderen tollen Vereinen. Arsenal oder was. Ähm, der ist so erfahren, der Typ. Nationalspieler, Champions League gespielt. In so einer Situation, diese Einladung zu verteilen, in dem Moment, an, äh, Klaassen, was, glaub ich, Davy Klaassen, dass der sich da irgendwie so theatralisch fallen lassen kann und jeder weiß, was passiert, da war ich ein bisschen enttäuscht von ihm. Ich fand aber auch vom Schiedsrichter diese gelbe Karte sehr überzogen. Ähm, es war ein kleines Gerangel, aber, ey, das war überhaupt nicht so schlimm, äh, da gelb zu geben. Und dann kurze Zeit später gibt's diese Szene, als er den Laufweg etwas kreuzt. Und auch das war viel Pech auch dabei, weil er ihn grad noch so erwischt. Dieser Klassiker so ein bisschen erwischt, leicht touchiert. Das reicht aus, er geht down, gelb-rot. Und damit ist eigentlich das Spiel fast durch, weil zu dem Zeitpunkt hat Bremen, glaub ich, sogar geführt, ne? 2-1 schon? Haben sie schon geführt? Doch, 2-1. Und dann haben sie mit zehn Mann noch den Ausgleich gemacht, glaub ich, ne? In dem Konter. In den direkten Atapaus, ja. Genau. Zweimal durch Vargas übrigens, der junge Mann, zwei Tore geschossen. Und Bremen hat sich sehr schwer getan, muss ich sagen. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Also auch mit elf Mann mussten sie bis zum Schluss zittern und es gab sogar noch einen Pfostenschuss von Augsburg. Also das Ding hätte auch noch 3-3 ausgehen können. Philipp Max hatte noch so einen ganz, ganz guten Freistoß. Ja. Und auch noch Fass reingegangen. Ja. Wenn du den heiratest, könntest du dich Max Max nennen. Der Gedanke war schon mal da, ja? Nur für den Namen. Max Max, wie geil ist das denn? Super. Er hat immer davon geträumt, dass Maximilian Philipp Max heiratet. Ja. Philipp Max Philipp und Max Philipp Max. Das ist auch nicht schlecht. Es war ein Spiel mit der Phasen so. Also es war halt tatsächlich so in der ersten Halbzeit, wo da drei Tore gefallen sind in den ersten 20 Minuten, da war eigentlich relativ wenig los im Spiel. Also es war nicht so, dass das irgendwie so ein Riesenchancen-Festival war. Dann nach der roten Karte fand ich, hat es Bremen eigentlich ganz gut im Griff. Haben dann einmal nach der Pause gepennt bei diesem 2-2, wo sie wirklich mit allen Mannen in die gegnerische Hälfte losdüsen. Und Niederlechner steht, glaube ich, eigentlich drei Meter im Abseits, aber in der eigenen Hälfte. Weil halt Werder so weit vor aufgerückt war, dass die halt das total verpennt haben, dass da noch einer hinter steht. Und dann musste der Waagas am Ende nur noch einschieben. Das war viel zu billig. Ich fand, danach haben sie es nicht schlecht gemacht. Da hatten sie 80 Prozent Ball besetzt, haben gut laufen lassen, haben die Chancen erarbeitet. Da sind dann ja auch in Führung gegangen wieder 3-2, wie du es haben möchtest. Dann in den letzten Viertelstunden haben sie es unnötig spannend gemacht, weil sie dann eben nicht mehr den Ball haben laufen lassen. Und weil sie dann nicht mehr diese Dominanz hatten. Wo dann auch gemerkt, dass halt diese Mannschaft ist nach diesem Saisonstart verunsichert. Diese Verunsicherung hat sich dann wieder auf die Ränge übertragen. Oder wirklich, Bremen ist ja eigentlich immer gute Stimmung, aber auch in der ersten Halbzeit richtig wieder Leute unterstützt. Aber dann am Ende wurden die Leute sehr ungemütlich. Inklusive dem Mann vor mir, der die ganze Zeit arme Bremer Profis angebrüllt hat. Ihr seid doch keine Profis. Das kann ich besser. Und so weiter. Der Klassiker. Das sind immer die besten Fans. Die besten. Da hat man richtig gespürt, wie wir alle dann nervös wurden, wie wir dann alle so kollektiv einmal ausgeatmet haben am Ende. Gar nicht so richtiger Jubel, sondern einfach, wir haben das Ding hinter uns gebracht, dieses 3-2. Ja. Jetzt hat man auch noch Martin Harnik verloren, langfristig. Denn der Wechsel zum HSV. Ja gut, das wäre jetzt nicht das Riesenproblem. Aber ja, man ist ja schon nur mit sechs Spielern auf der Bank ins Spiel gestartet. Dafür kommt Bittencourt. Ist das durch jetzt? Aus Hoffenheim. Ist eigentlich ein guter Schachzug, glaube ich. Auch ein Wunschspieler von Kohfeldt. Den wollten sie, glaube ich, letzte Saison schon. Das Ding ist halt bei Bittencourt, dass er enorm verletzungsanfällig ist. Und die Bremer ja eh schon Verletzungspech haben. Also, ich hoffe mal, dass die Rechnung für sie aufgeht. Aber wenn er fit bleibt, sicherlich eine Verstärkung. Ist halt ... Gesundheit. Ist halt jetzt keine Lösung für die kurzfristigen Probleme. Weil eigentlich Bittencourt ist halt eher so ein Achter- oder Außenspieler. Aber da bist du in Bremen gar nicht so schlecht besetzt. Auch weil Klaassen und Eggestein relativ verletzungsunanfällig sind. Wo siehst du denn Handlungsbedarf am ehesten? Am ehesten auf der Sechser ist halt für Schein kein Ersatz, wirklich. Schein spielt jetzt auch eher Innenverteidiger und Verteidigung, klar. Du hast zwar jetzt lang gekauft, aber da hast du halt immer noch sehr dünn besetzt. Du hast natürlich auch Pech, Toprak gerade verletzt. Toprak verletzt, Veljkovic verletzt, Augustins verletzt. Aber wenn du dann im Stadion bist, gibst du dann auch danach den Veteranern ein bisschen Tipps? Aber den Verein? Nö. Ist immer ganz interessant, so im Stadion zu sein, weil du dann natürlich nachher noch mal die Chance hast, dich mit den Trainern zusammenzusetzen und dann noch mal deren Meinung zu hören. Wenn die Vereine gehen noch so viel aus, einen ganz kleinen Vorteil zu haben, dann bist du schon im Stadion und man fragt dich nicht? Nee, interessanterweise werde ich mittlerweile erkannt. Also ich bin ja mittlerweile, dank euch hier, muss ich mir auch nicht mehr Danke sagen, bin ich mega fame, leider nur bei den Männern. Aber immerhin etwas. Und bei Bremen werde ich halt lustigerweise mehr erkannt als bei anderen Vereinen. Weil du wahrscheinlich nur da im Stadion bist. Nee, nee, das nicht. Aber weil da halt ich auch Deichtube mache und so Geschichten. Was halt dann immer ganz cool ist, wenn du dann nach den Spielen wirklich mit den Trainern zusammensitzt und die dann ja auch ihren Matchplan, gerade Florian Kohfeldt ist da immer einer, der im Hintergrundgespräch immer sehr offen sagt, was er sich vorgestellt hat, was geklappt hat, was nicht geklappt hat. Was ist das für eine Runde? Jetzt nicht eine die reguläre Pressekonferenz? Ja, das ist immer ganz witzig. Also das wissen die Leute da draußen auch gar nicht. Wenn du dir auf YouTube, kannst du dir immer Pressekonferenzen nach dem Spiel angucken. Und ich bin dann meistens der einzige Idiot, der eine Frage stellt. Weil eigentlich ist es nämlich so, dass du keine Fragen stellst in der Pressekonferenz. Sondern dass du dich nachher, nach der Pressekonferenz, mit dem Trainer nochmal zusammensitzt. Und quasi unter der Hand mit denen redest. Weil die natürlich auch, wenn sie dann keine Kamera an ist, und wenn das nachher nicht, das muss ja nachher hochgeladen werden auf YouTube, und wenn das nachher nicht hochgeladen wird, reden sie natürlich anders, als wenn du sie ansprichst. Aber sie reden ja mit Journalisten. Also sie wissen ja, dass die zitiert werden. Also das ist doch eigentlich nicht so. Nee, aber dann kannst du ja auch Goffeld sagen so, ja, schreib das mal bitte nicht, aber unter der Hand so. Und da halten die sich dran. Ja, sonst redet er irgendwann nicht mehr mit ihnen. Ja, logisch. Das ist ja fit pro quo. Aber was bringt's denen dann? Ich mein, du willst, als Journalist bringst du ja nur, wenn du's auch... Ich bin kein Riesenfan davon. Ich mach das auch nicht gerne, da hast du recht. Weil eigentlich willst du ja schreiben können. Eigentlich bringt dir das nix. Aber natürlich, dann hast du natürlich einen anderen Einblick nochmal. Und für die, eine Hand wäscht die andere, ne? Die Trainer und Verantwortliche sind natürlich froh, dass sie ein bisschen lenken können, die Meinung. Und dann auch nochmal irgendwie so sagen können, so Erwartungen lenken können. Da wird auch immer ganz viel Erwartung gelenkt und sowas. Ich will jetzt auch nicht jetzt hier groß zitieren, weil das war halt wirklich nicht zitierfähig. Aber dann ging's halt nochmal so eine längere Zeit um den Kruse, um den Kruseabgang. Was bedeutet das eigentlich für die Mannschaft jetzt sowas? Und dann wird halt nochmal da so... So dann Goffold natürlich immer seine Messe zu streuen. Ja, es ist aber auch eine Chance für uns, dass Kruse weg ist. Und wir können jetzt so... Der und der und der kann die Lücke, die Position benetzen und so weiter und so fort. Und die Journalisten kriegen dann halt diese Einblicke, die sie sonst halt nicht bekommen. Sehr schön. Gut. Für Bremen allerdings ein sehr wichtiger Sieg, denn man hatte ja bis dato null Punkte. Und wenn auch mit ein bisschen Hängen und Würgen, aber das war wichtig, denn nach drei Spieltagen und diesen Gegnern, die man hatte, mit einem oder null Punkten zu starten, das wär langsam auch ein bisschen kritisch gewesen. Ich würd mich mal interessieren, Max, du warst schon in jedem Stadion in der Bundesliga? Nein, auf keinen Fall. Ne? Ne. Was war denn jetzt so, von denen, in denen du warst, was würdest du sagen, beste Stimmung außer Frankfurt? Gibt's da irgendwie ein Favorit oder ein Stadion, wo du gerne bist als Fotograf? Es ist meistens so, dass man auch dann so Sachen einbezieht wie, wo ist das WLAN gut? Ja, weil wenn du einfach kein gutes WLAN hast und dein Netz bricht mal kurz zusammen, dann bist du ganz schnell sehr aufgeschmissen und dann kriegst du nicht nur wenig vom Spiel, sondern überhaupt nichts. Okay, wo hattest du gutes WLAN? In welchem Stadion? Ich muss sagen, die neuen WLAN-Stadion. Ich ignorier den einfach. Wolfsburg. Moderne Arena. Nur Bundesliga? Weil man muss schon sagen, auch Chelsea war auch. Gutes WLAN. Krass. Aber auch gutes WLAN. Wenn ich mal gutes WLAN brauche, dann ab ins Chelsea-Stadion. Ich war jetzt noch nicht in vielen Bundesliga-Stadionen, aber gibt's irgendwo gutes WLAN? Die meisten haben keins. Ich muss immer ein LAN-Kabel mitnehmen. Also ich hab jetzt gehört, dass es in Leipzig sehr gutes WLAN sein soll. Das wundert mich jetzt echt nicht. Aber seit Nagelsmann da ist Laptop-Trainer im Postel. Früher hatten die ja alle so Flutlicht-Masten. Ich glaub, demnächst haben die alle so Internet-Masten auf ihren Stadions. Ja, das ist aber verrückt, weil es ist ja eigentlich gar nicht so viel Aufwand. Auch für die Journalisten. So wichtig eigentlich. Nun, ich verstehe. Aber das beantwortet natürlich nicht ganz deine Frage. Aber man sieht, dass du nämlich einen anderen Blick hast, nämlich einen professionellen. Und das ist sehr interessant, weil deine Arbeit entrückst du so ein bisschen deinem emotionalen Kern, der dich zum Fußball gebracht hat. Und du entwickelst so eine professionelle Sichtweise und siehst andere Dinge, ähnlich wie Tobi. Das find ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du das sympathisch findest. Und als professionelle ... Ja. Trotzdem der Frage ausgewichen. Aber es ist halt auch sehr schwierig, da irgendeine andere Stadion zu nehmen als Frankfurter Stadion. Weil, wenn man die Europa-League-Nächte da mitgemacht hat, gegen Lazio letzte Saison, gegen Benfica. So hab ich noch nie. Also, in keinem anderen Spiel. Mit Jens Liebling-Stadion ist ja das Olympiastadion. Das hab ich so ... Die Frage war, wo hast du das beste Erlebnis gehabt? Und das hab ich natürlich beim Pokalsieg gehabt. Das wär auch meine Antwort dann. Ja, das glaub ich. Außerdem ist auch so ein Einzelerlebnis, das ist ja nicht zu vergleichen. Nur, also, das findet in diesem Stadion statt. Das heißt ja nicht, dass in diesem Stadion regulären Betrieb auch die beste Stimmung ist. Das ist natürlich das Volksparkstadion. Die sind, ich weiß, nicht in der ersten Liga, aber es ist definitiv das Volksparkstadion. Wie ist das? Die richtige Antwort. Wundert mich nicht, dass du das nicht weißt. Ja, Volkspark ist ASV. Vielleicht geb ich dir jetzt ein bisschen Zeit, dass du noch mal ein bisschen lernen kannst. Kannst du ins Internet gehen, kannst du noch mal ein bisschen gucken. Okay. Okay, und wir machen ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück, dann ist er ein bisschen schlauer. Und ihr werdet schlauer werden, weil wir danach weiterreden über Fußball. Bis gleich. Internet. Kritisiert mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute mit Max, der Haus- und Hoffotograf der Eintracht, auch bekannt als Freekicker. Schön, dass du da bist. Wir quatschen weiter über die Bundesliga. Wir haben noch so viele tolle Spiele. Wir haben zum Beispiel noch nicht gesprochen, was nehmen wir denn mal als nächstes, über Wolfsburg gegen Paderborn. Fand ich, war ein ganz interessantes Spiel. Denn Paderborn, die erinnern mich ja immer so ein bisschen irgendwie an so die Gallia ohne Zaubertrank. Aber sie machen es trotzdem total tapfer und haben jetzt ihren ersten Punkt geholt. Und das gar nicht so unverdient. Man hat den starken Wolfsburgern, die hier von einigen Kandidaten als positiv überraschende Saison gehandelt werden, einen Punkt abgetrotzt. Na guck, da rudert er schon zurück. Ja, das ist immer das. Da machst du vor der Saison eine Prognose. Sagst, der Schlager wird der Top-Transfer. Schlager macht zwei supergeile Spiele. Und geht dann im dritten, nach zehn Minuten verletzt raus und fällt jetzt aus wahrscheinlich bis zur Winterpause mit einem Knirchelbruch. Das hat mich auch sehr geschockt. Nämlich, er ist ja ohne Gegnereinwirkung, sondern ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, er wollte ja schießen und ist dann mit dem Fuß im Boot festgehalten. Ich hab's leider sehen müssen, ja. Und hat sich dabei den Knöchel geboren. Und das macht natürlich Menschen wie mir Angst. Wieso? Du bewegst dich überhaupt nicht. Aber wenn ich mich mal bewegen sollte, könnte mir genau das passieren. Dass du dir bei so einer Aktion den Knöchel brechen kannst und du dich nicht bewegen kannst, das sorgt dafür, dass Leute wie ich sich noch weniger bewegen. Ja, ich versteh das. Aber es war allgemein so ein Spiel, was man so ein bisschen vielleicht sogar schon vorausahnen konnte, dass dann Wolfsburg in den ersten beiden Spielen sehr stark Konter gespielt hat. Wirklich dieses neue System, dieses neue 5-2-3, 5-3-2-Hybrid-Ding vom Trainer Glasner sehr gut angenommen hat. Jetzt kommt ein Gegner wie Paderborn, die sagen Edgy-Badgy. Ihr habt den Ball, wir laufen euch mal hoch an. Wir spielen jetzt hier die Konter. Und die haben das natürlich dann überall gemacht, Paderborn, aber Wolfsburg ist auch wenig eingefallen über lange Strecken des Spiels, um dieses 4-4-2 der Paderborner zu bespielen. Lag das dann auch daran, dass Schlager ihm gefehlt hat, der stark war? Ich liebe Schlager, aber Schlager ist halt auch so ein Balloberober. Ja, aber jetzt mal zum Spieler. Ja, ich hab schon lange Zeit, das war gut. Ich liebe ... Ach, come on, lieber Regis, nicht mal ausspielen den Tusch. Ich liebe Schlager, aber er ist halt so ein Spieler, er ist halt so ein richtig dynamischer Spieler, der die Balleroberung forcieren kann, der dann sofort die Anschlussaktion hat. Also das liebe ich an ihm, dass er immer sofort die Anschlussaktion bringt. Ist aber jetzt auch nicht der Spieler, den du unbedingt brauchst, wenn der Gegner dir keine Räume gibt. Du musst in Frankfurt, ist es der Kamada von Frankfurt? Nee, ist nicht der Kamada von Frankfurt, ist er ... Wer hat denn Frankfurt da? Eine Rode vielleicht von Frankfurt? Rode. Ja, Rode. Nicht ganz so gut mit Ball, aber noch ein bisschen besser ohne Ball. Okay. Ja, guck's dir doch jetzt nicht nur an. Ja, ähm, find ich übrigens, was mir aufgefallen ist, auch bei Paderborn, kurz vor Schluss, dieses Foul von Jasula, an Weghorst, Gelb. Und beim Dresden-Spiel, was ich auch gesehen hab, gegen St. Pauli, fast die identische Szene, da hat der VAR eingegriffen und dann wurde das die Entscheidung auf Rot korrigiert. Aber das ist bei Wolfsburg nicht passiert, da hab ich ein bisschen gewonnen. Was hat er gemacht? Er hat ihn richtig weggewämst. Aber richtig. Also es war schon Rot aus meiner Sicht. Ja. Aber das ist ja immer die Frage, ich bin ja immer dafür, dass der VAR so selten eingreift, wie geht. Meine Philosophie. Okay, lass das Spiel laufen. Man könnte dem VAR eine Challenge-Flagge geben. Aber da in dem Sinne kannst du natürlich auch sagen, okay, wir können auch mal einfach wieder den Schiedsrichter kritisieren, finde ich. Man kann ja auch mal wieder ganz oldschool sagen, dann hätte Daniel Schlager, der Schiedsrichter. Der hieß auch Schlager? Der hieß auch Schlager. Verrückt. Verrückt. Das ist, äh, wenn die heiraten, dann passiert nichts. Daniel Schlager, Schlager. Ähm, genau. Ja, also ... Ja, ich mein, das kann man auch den Schiedsrichter einfach mal ins Boot holen und dann sagen, das ist eine entscheidende Schiedsrichter, das hat der Schiedsrichter falsch entschieden. Ohne VAR. Er hat, der stand daneben, er hat's gesehen, er hat's entschieden, da brauchst du kein VAR. Wir haben grad über Kauffpflicht geredet, Bittenkurt auch Berlin mit Kauffpflicht. Bei Klassenerhalt. Das ist das neue Ding, irgendwie, ähm, machen wir jetzt alle so. Also wenn Werder Bremen den Klassenerhalt schafft, müssen sie Bittenkurt kaufen. Als Strafe. Als Strafe müssen sie erst mal Klass erhalten. Übrigens ganz lustig, ne? Ähm, Wolfsburg ist 118,69 Kilometer gelaufen im Kollektiv. Paderborn 118,81. Das ist eine knappe Kiste, fast auf den Meter gleich viel gelaufen. Mhm. Ähm, ansonsten, 16,8 Torschüsse. Natürlich, äh, 63 Prozent Ballbesitz, ist klar. Aber, das war nicht unverdient. Paderborn hatte Chancen. Du hast die Statistikseite beim Kicker heute entdeckt, hab ich das Gefühl. Nein, das stimmt nicht. Ich habe die, äh, Statistikseite selber gepflegt und eingeschmacht. Das sind meine Statistiken. Gut, ich seh schon, es ist nicht mehr so viel zu holen. Aber, äh, Kastels hat sich auch verletzt. Kastels hat sich, glaub ich, fällt er länger aus? Ich hab's gar nicht mehr verletzt. Äh, ich glaub, ein paar Wochen, auf jeden Fall. Ähm, insofern, auf jeden Fall. Aber Schlager ist, glaub ich, schon die, die schwerwiegendere Verletzung, weil der ist ein, ein natürlich wichtiger Baustein im ... Ja, Kastels ist aber ein guter Torwart. Also, das ist schon beides blöd. Hm. Spielt ihr noch, äh, Kick-Base, oder? Ja. Ja, spielt ihr noch Kick-Base? Wer ist der zweite Torwart von Wolfsburg? Ich kauf keine zweite Torhüte. Ach so, wegen Gangsbombs, ja. Ähm, gut, komm, dann lassen wir das, äh, mal auf sich beruhen. Wolfsburg gegen Paderborn, auch Glückwunsch nach Paderborn zum ersten Punkt in dieser Bundesliga-Saison. Und wir machen weiter mit Leverkusen gegen Hoffenheim. 0 zu 0. Es klingt jetzt erst mal mega langweilig. Wieso spielt überhaupt Leverkusen gegen Hoffenheim 0 zu 0? Gab's das schon mal? Ich glaube, wo kaum, ähm, stottert hier schon. Ist das legal. Der Werksmotor, ist das legal? Wird das bestraft? Dürfen die das überhaupt? Ähm, es war ein Spiel, bei dem hätten die Tore fallen können. Leverkusen hatte 20 Ecken. 20 Ecken. Warum? Wer schießt die Demir bei, oder was? Wer schießt die Ecken? Ich glaub, Demir bei hat die meisten geschossen, und irgendeiner hat noch Havertz? Nee. Mal gucken. Nicht nur 20 Ecken, auch 20 Torschüsse. Also, ähm, war, glaub ich, auch so ein bisschen der Running Gag, was man so danach in den Interviews und so gehört hat, dass jetzt wohl, äh, Havertz hat irgendwie gesagt, wir werden jetzt eine Woche lang nur Standards üben. Ähm, ja, war ein bisschen, glaube, ein bisschen unglücklich für Leverkusen. Ich hab mir das Spiel angeguckt, es war ein bisschen seltsam tatsächlich, dass sie, sie haben offensichtlich auf Ecken gesetzt, also sie sind ganz häufig über die Flügel durchgebrochen, die Leverkusen, und dann haben sie dann auch in irgendwelchen Situationen geflankt, wo du, wo sie wussten, da kann eigentlich nur eine Ecke rauskommen. Also, es gibt ja so Situationen, wo einfach der Gegenspieler dazwischen ist, und du weißt, wenn du jetzt flankst, kriegst du eine Ecke. Und haben die auch gewollt, aber die Ecken selber waren halt alle so ein bisschen so, mäh. Haben nicht so wirklich viel eingebracht. Ich versteh's nicht, ich mein, ich, du kannst das vielleicht besser beurteilen, aber ich denk mir halt, die Ecke. Die Ecke an sich, wenn ich der Eckenschütze bin, ne, also, oder sagen wir mal anders, beim Football gibt's den Panther. Den Black Panther. Darf nur der Nils hier Jokes machen, oder was? Okay, da gibt's, oder den, den Field Goal Kicker, ja, der, und der, ist darauf speziell, der neun von zehn Field Goals macht der da. So, bei, bei der Ecke, du musst doch, es muss doch die Möglichkeit geben, das so zu trainieren, dass du immer geile Ecken schießen kannst. Dass du genau weißt, okay, ich mal mir den Punkt aus, ich nehm hier Anlauf, und dann, und ich versteh das manchmal, ich seh Leute, die professionelle Eckenschießer sind in der Bundesliga und die schießen scheiß Ecken und zwar nicht nur eine, sondern ganz viele. Aber es ist ja nicht nur der Schütze, es sind ja auch die passenden Abnehmer. Also zum einen, wenn du immer dieselbe Variante machst, dann gibt es ja Videoanalysten, die das relativ schnell entlarven und dementsprechend drauf reagieren und zum anderen brauchst du eben auch ne Mannschaft, die kopfvollstarke Spieler hat, denn bei einer Ecke in aller Regel, auch wenn Union Berlin das jetzt gebrochen hat, diese Regel gegen ein Dortmund-Spiel, aber in aller Regel machst du dir ein Kopfballtor nach einer Ecke, wenn überhaupt ein Tor. Und wenn man mal bei Gladbach guckt, Jonas Hantar, großer Kerl, aber im Offensivkopfball relativ ungefährlich. Dann hast du die beiden Bänders, ne, okay, das Problem bei denen ist, die verletzen sich oft bei Kopfballen. Volland ist halt nicht so ein klassischer, der ist halt kein Bastorst. Volland hat andere Stärken. Bailey, Bellarabi, Havertz ist nicht so klein, aber was ich damit sagen will, ist, die haben jetzt nicht diese Kopfballungeheuer. Auf der anderen Seite. So läuft das angegen, wie Sacktschitz, Vogt. Genau. Porsche. Aber ich glaube auch, was ich dann eher sagen wollte, ist, glaube ich, ja, das ist, also Frankfurt hatte zum Beispiel mal eine Saison, wo, glaube ich, jede Ecke zu kurz kam und dann einfach auf den, der halt da vorne steht, am ersten Wochenende einfach den weggeköpft hat. Und das darf halt nicht vorkommen eigentlich. Genau, also das eine ist, dass du keinen Abnehmer findest in der Mitte oder dass die rausgeköpft werden. Aber dann kannst du ja trotzdem, kann ja die Ecke scharf geschossen werden. Aber es gibt ganz oft Ecken, die entweder über alle drüber segeln oder direkt, äh, weil es gibt ja schon so einen Punkt, oder? Es kann das sein. Es gibt ja schon so einen Punkt auf dem Spielfeld, wo es sehr gut ist, wenn die Ecke hinkommt, wo der Torwart nicht richtig rauskommen kann, wenn er sich so reindreht und wenn er immer da hinkommen würde. Das hat der Weise, finde ich auch, ich bin ja kein Verfechter von Flanken, aber, okay, aber, ich finde, Bundesliga-Spieler können nicht mehr so geil flanken wie vor 10, 20 Jahren. Du siehst halt ganz häufig, dass Außenverteidiger dann aus dem Lauf heraus eine Flanke schlagen und die geht dann, geht dann gar nicht mal hoch. Also die kommt gar nicht hoch in den Strafraum oder geht dann 20 Meter hinterher. Ich finde das nicht mehr so viel geübt einfach, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch, früher gab es Spieler, die haben rauf und runter nur das trainiert, Flanke, 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 Flanke. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Manni Kalt nicht irgendwie in jedem Training 100 Flanken geschlagen hat. Ist ja so, oder? Wahrscheinlich setzt man heutzutage auch in der Ausbildung der Spieler auf andere Schwerpunkte. Aber wenn ich Spieler wäre, wenn ich Spieler in der Bundesliga wäre, dann würde ich nach dem Training, die kriegen noch alles in der Regel. Wenn ich da sage, ich will noch einen Coach, der mir die Bälle zupasst, dann sage ich, komm her Junge, ich schlage jetzt noch mal 60 Flanken. Ich würde der fucking beste Flankenschläger sein, weil ich weiß ja. Aber warum alles im Konjunktiv? Nils, das ist eine lange Geschichte. Ich wurde nicht in den Fußballverein gesteckt als Kind, sonst würde ich nicht hier sitzen, sondern dann würde ich jetzt zugeschaltet sein. Dann würde ich Fotos von dir machen. Dann würde er Fotos machen von mir. Mit deinem Alter würdest du überhaupt nicht machen. Es ist halt es. Es ist das fucking Talent, ist in mir. Es ist so, ich weiß es. Aber Philipp Kossisch hat genau das gemacht. Ich war ja beim Trainingslager und dann gab es ein freies Training und es gab so eine Gruppe, die hat einfach so, ein paar Spielchen gemacht da, was man so kennt, wenn man mit Freunden kickt. Und Philipp Kossisch hat sich Dejan Jovilietsch geholt und die haben einfach eine halbe Stunde lang einfach nur die ganze Zeit Flanke, Abschluss, Flanke, Abschluss. Ja, geil. Genauso muss sie. Und Alex Maier war ja auch dafür bekannt, dass er dann noch mal eine halbe Stunde lang nur Innenspannschüsse geübt hat. Ja, und man hat ja gesehen, dass das ganz gut funktioniert bei ihm. Von nix kommt nix. Und wenn ich ein Außenverteidiger bin und merke, die scheiß Flanke segelt jedes Mal irgendwo hin, wo ich sie nicht will. Mein Joshua Kimmich, ohne es zu wissen, ich wette, der trainiert die Flanken, weil er schießt so geile Flanken. Hat er auch gemacht, ja. Und ich wette, der trainiert es. Du musst es trainieren. Jungs, ihr seid in der fucking Bundesliga. Ihr spielt vom Millionenpublikum, ihr verdient eine Million oder vielleicht auch zwei. Ohne Scheiß, ich verstehe das nicht. Ich finde die Geschichte, dass Jupp Heynckes sich mit Kimmich nach dem Training zusammengesetzt hat und dann flankenübt hat. Muss die scheiß Flanken trainieren. Und er gesagt hat, Junge, nimm noch mal eine Sekunde, Kopf hoch noch einmal kurz, dann noch einen Schritt mehr reinmachen, als du eigentlich machen willst. Das ist ja von dem Automatismus, also wirklich Muskelgedächtnis. Mal ein Beispiel, Holmin Son, der hat mit seinem Vater in Hamburg noch immer diese Läufe geübt, also quasi parallel zum Strafraum reinstechen mit beiden Füßen und das Ding dann einfach oben in den Winkel knallen. Das kann er mit beiden Füßen und wenn man den Jungen heute spielen sieht, das ist so in seinem Muskel. Und wenn der so zum Abschluss kommt, das ist so gefährlich, weil der das einfach geüberträgt hat. Ich glaube tatsächlich, dass es oft so ist, dass Profis, denen alles hinterhergetragen wird, Trainingsplan und alles, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und die Leute, die wirklich ehrgeizig sind, richtig ehrgeizig sind oder so, die nehmen das an. Weil das ist ja auch nichts, was dich jetzt körperlich belastet so sehr, dass du sagst, du übertrainierst irgendwas. Sondern das sind ja wirklich so reine Technikdinger, die du in dein Muskelgedächtnis kriegst. Es ist halt ein komplexes Thema. Das Problem ist natürlich auch, wenn du es trocken trainierst, das heißt, ohne Gegnerdruck ist es ja nicht im Bundesliga-Niveau. Du kannst ja, selbst wenn du die Technik perfekt drauf hast, brauchst du ja die Technik aber auch am Gegenspieler. Du musst ja die Technik in der Spielsituation trainieren. Das ist dann immer wieder so eine Sache, ob die, deswegen dieses isolierte Training, es geht jetzt sehr weit und das kann ich auch gar nicht alles ausschauen, aber wie sie sehen, dieses isolierte Training immer weniger wird und du halt in Spielform halt sowas versuchst zu trainieren. Und das zweite ist halt tatsächlich, wie du es gerade schon gesagt hast, Muskelgedächtnis, Priming, dass du ja auch auf dem Spielfeld gar nicht die Zeit hast, nachzudenken und deswegen diese Aktion automatisieren musst. Und das geht ja dann auch wieder über einen ganz langen Zeitraum. Dass du wirklich über einen ganz langen Zeitraum immer wieder wiederholst, bis du halt diese bestimmte Bewegungsmuster halt drin hast und bestimmte Aktionsmuster Das ist bei jeder Sportart so. Ja, klar. Das ist bei jeder Sportart so. Aber bei jeder Kontaktsportart, bei jeder Spielsportart beim Sprinten oder Schwimmen ist nochmal was anderes. Aber Fußball haben so ganz schnell das Gefühl, dass sie irgendwie zu viele dann machen wieder. Also sie sind halt immer sehr schnell genervt von allem, was extra dazukommt. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass es schon eine Mentalitätsfrage ist. Aber das... Gibt ja beides, gibt ja beides, gibt ja auch Spieler, die du wirklich zurückhalten musst. Ich glaub, so ein Dost würde es auch machen. Ist auch so ein Spielertyp. Es gibt auch Spielertypen, wo du dann als Trainer sagen musst, ey, dosiert. Weil Fußball ist ja auch ein ganz komischer Sport, so vom Training zu. Leute, ich hab ja nie so viel Talent gehabt. Aber wir haben früher den ganzen Tag auf dem fucking Bolzplatz rumgedödelt. So, du musst die Jungs ja doch nicht bremsen. Wenn du... Das ist doch nichts... Das ist ja keine Tätigkeit, die dein Körper zermarrt hat. Das ist ja nix, wo du sagst, okay, aber zur Halbzeit der Saison kriegst du dann konditionelle Rückstände, weil du hast jetzt zu viel gemacht. Das ist doch Quatsch. Das sind einfach... Ach komm, wenn du da noch 120 Freistöße schießt, erzähl mir doch nicht, dass dein Bein dann abfault zur Hälfte der Saison. Ja, aber es geht ja schon auf die Muskeln, wenn du noch 120 Freistöße schießt, nachdem du halt... Aber halt 20, 30. Ja, nee, klar. Das geht halt schon noch, klar. Bisschen was geht da. Ich mein, wie viel trainiert ein Profi am Tag zweimal anderthalb Stunden oder was? Nee, aber es gibt halt Spieler, wo du auch sagen musst, ey, Junge, geh mal heute nicht in den Kraftraum. Das hast du jetzt schon... Ja, aber das ist doch genau das, was ich meine. Ich hatte mal ein Kreuz wie ein Bodybuilder, da erinnere ich mich nicht dran. Ja. Schon lange her. Ein Doppelkinn wie ein Otter, aber... Was? Kreuz. Der war immer ein bisschen modelig. Otter ist doch das Einzige hier, was kein Doppelkinn hat. Ein Doppelkinn wie ein Otter. Die haben so ein langer Halt. Die sind da so lang. Sehr viele Tiere hier. Da bin ich so staucht vielleicht. Habt ihr noch nie ein Otter gesehen? So ein Doppelkinn. Hängt doch da so ein bisschen nach unten hier. Das geht doch. Das ist doch ganz so doffig und so. Ja. Ja, hier ist es so. Na gut. Also, was haben wir denn hier noch? So eindeutig... Ich google mal ein Otter. Rainer Keimel. Hat er doch hier schon. Ähm, okay, also. Ja, der berühmte Doppelkinn-Otter hier einmal für die Zuschauer. Ja, da sieht man das. Find ich ziemlich doll. Da oben, der. Der hier hat... Der so las wie ein Zwei. Zählen wir doch. Pobedes, breites Kreuz, Doppelkinn. Ja, gut. Aber das ist eindeutig auch ein sogenannter Fettotter. Das ist eine Unterspezies. Die leben eher so in urbanen Gesellschaften teilweise. Diese Otter sieht aus wie Bismarck. Die Otter von Bismarck hier. Otter von Bismarck? Ha! Otter von Bismarck. Ist gut, wenn irgendjemand einen Otter hat, den muss er so nennen eigentlich. Nur Bismarck. Wieso heißt der Bismarck? Also Otter von Bismarck. Gut, ja. Wir verquetschen uns heute ein bisschen. Was haben wir noch auf der Pallette? Moderator. Wir haben Bayern. Ich will doch versuchen, die ganze Zeit jetzt überzuleiten zu Freiburg gegen Köln. Aber ihr lasst mich ja nicht. Also reden wir nicht über das 6-1 von den Bayern. Ja, da wollte ich ja jetzt überleiten. Aber ihr wolltet ja unbedingt Freiburg gegen Köln machen. Dann machen wir halt jetzt erst die Bayern, wenn ihr nur am Nörgeln... Ey, trainiert ihr eigentlich Nörgeln? Das ist euer Ding? Nach jeder Sendung noch eine Stunde Nörgeln trainieren? Dazu sag ich dir offensichtlich. Also dann reden wir halt über die Bayern. Machen wir es kurz und schmerzlos. 1-0. Der Schock. Die Mainzer am Anfang richtig mutig gewesen. Haben gesagt, so nee Mann, ey, wir spielen hier mit zwei Stürmern und gehen hier richtig ran in die Bulette. Hat sich ausgezahlt. 1-0 geführt. Aber die Bayern wären nicht die Bayern, wenn sie sich davon nicht ein bisschen provozieren lassen würden. Und das mündet oft in einem Desaster. Manchmal denkt man sich so, hey, ich tu dir nix, du tust mir nicht so doll weh. Okay, aber wenn man sich dann, das ist ja, mancht ja wirklich so wie so ein Nerd, der auf dem Schulhof gedisst wird. Wenn er sich wehrt, kriegt er vielleicht richtig aufs Maul. Aber wenn er sich hinlegt und sagt, ich hab Joghurt im Rucksack, kriegt er vielleicht ein, zwei Dritte und dann ist okay. Und das haben die Mainzer so ein bisschen gemacht. Wenn sie sagt, er hat Joghurt im Rucksack. Ja, der geht dann kaputt, wenn er geschubst wird. Kennst du es nicht? Nee. Dass man dann sagt, ey, bitte nicht jetzt hier, ich hab Joghurt im Rucksack. Wenn der kaputt ist, ist es eine Riesensauerei und so. Und dann lassen die Bullis davon ab, weil sie ihm nicht zu sehr schaden wollen. Exakt. Ja, aber bei Joghurt können viele Leute nachvollziehen, dass das doof ist. Ich hab gehört, wenn man gebullied wird, gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder du wehrst dich oder du wirst Comicbuch-Fan. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ja, was ich damit sagen will, ist, die Mainzer haben halt beschlossen, sich zu wehren. Mit dem Quarterback in den Infight zu gehen und der Quarterback hat einen ersten Schlag gekriegt und da hat der Quarterback sich gedacht so, nee Freundchen, jetzt kriegst du richtig, darauf hab ich nur gewartet. Und dann haben die Bayern Mainzer überrollt und 6 zu 1 gewonnen. Haben sich gar nicht so gut angestellt am Anfang. Ja. Das haben halt wirklich sehr lange gebraucht, bis sie hier reingekommen sind und dann auch dieses Ausgleichstor von Pavard. Ein schönes Tor, aber auch so ein bisschen aus dem Nichts heraus. Und dann auch der Freistoß von Alaba. Klasse gemacht. Und so richtig haben's, als dann 2 zu 1 war, dann haben sie richtig aufgedreht. Dann haben sie halt gesagt, dann musste Mainz wieder ein bisschen weiter vorrücken und dann haben sie komplett auseinander gespielt, die Bayern. Aber ist jetzt auch so blöd, das klingt nach einem 6 zu 1. Erstens war's Mainz, die halt wirklich nicht gut in die Saison gestartet sind, die dann auch komplett psychologisch zusammengebrochen sind, spätestens nach dem 3 zu 1. Und es war noch nicht so komplett 100% überzeugend. Ich freu mich sehr auf das Leipzig-Spiel, das nach der Länderspielpause kommt. Bayern gegen Leipzig. Weil sie da mal wirklich einen Gegner auf halbwegs Augenhöhe hat, der besser verteidigt. Und da will ich mal sehen, wie die Bayern dagegen halten. Weil, ist natürlich klar, du hast jetzt ein Coutinho neu rein, ein Peresitz neu rein, eine Viererkette, die auch komplett neu formiert ist. Ähm, dass da noch nicht alles zusammenläuft, muss man auch gar nicht jetzt groß irgendwie Kritik oder sowas machen, sondern das ist halt logisch. Die müssen sich erst doch finden, die müssen erst noch eins spielen. Aber Mainz hat null Punkte, oder? Mainz hat null Punkte und ziemlich mieses Torverhältnis auch, glaube ich. Ja, was ein bisschen der Genickbruch für Mainz war, ist das 2-1 kurz vor der Pause. Also ich glaube, die hätten gerne das 1-1-1 halt mitgenommen und dann vielleicht nochmal versucht, dann irgendwie die 45 Minuten zu ermauern. Aber dadurch, dass Bayern dann in Führung gegangen ist, war halt eine richtig maximal schlechte Position, weil es war klar, okay, jetzt müssen wir angreifen. Und, ähm, dann sind sie halt mit wehenden Fahnen untergegangen. Man hat beim Jubel, beim 1-0, äh, haben sie Sandro Schwarz eingeblendet. Und da hat man schon gesehen, er hat nicht so richtig gejubelt. Es war eher so ein, ähm, naja. Hättet ihr euch besser mal hingelegt. Ja, das war halt einfach auch schon so, so früh zu dem Zeitpunkt, dass du wusstest, ja, also, das ist ein 1-0, was vielleicht noch nach hinten losgehen kann. Ja, ging's ja auch 6-1 und die Bayern haben da mit Dortmund überholt. Plus 8, beste Tor-Differenz, äh, der Liga und, äh, der Weg zum Titel ist im Prinzip schon halb gegangen. Dann lass uns doch noch mal, wir haben nicht so viel Zeit, kurz wirklich über den ersten Kölner Saisonsieg sprechen. Die ersten Kölner Punkte waren das sogar. Äh, das war fast schon dramatisch. Man ist 1-0 in Führung gegangen, dann wurde das Tor aberkannt. Kurz darauf geht Freiburg 1-0 in Führung. Das find ich, ich denk mir oft so, wenn man, man sieht das Tor und den Torjubel, und wenn man dann kurz auf Klo geht und kommt man wieder und steht auf einmal 1-0 für die andere Mannschaft, da muss man doch denken, eigentlich so, ey, fuck, irgendwas ist passiert gerade. Ich hätte schwören können, die anderen haben das Tor geschossen. Ich werd tüddelig, so, ich lass mich jetzt hier irgendwie mal. Oder? Weil so schnell, ne, und dann steht das 1-0 für Freiburg. Aber Köln, äh, hatte mehr Biss. Und man hat wirklich manchmal so ein bisschen das Gefühl, Freiburg ist mit sechs Punkten gestartet, die waren vielleicht schon ein bisschen satt. Und Köln hat sich gedacht so, ey, wir können nicht schon wieder verlieren. Und vielleicht waren diese fünf Prozent mehr Biss, äh, am Ende das, was ... Widersprich mir doch nicht ständig. Ich seh doch völlig doof aus, wenn du mir immer widersprichst. Aber du kannst doch nicht den Freiburgern mangelnden Biss vorwerfen. Nein, nicht mangelnden Biss, sondern den anderen so einen gewissen Überbiss. Ach, so einen Überbiss. Ich hatte das Gefühl, die waren schon ordentlich drin eigentlich. Und die hatten ja auch in der zweiten Halbzeit mit Petersen eine richtig gute Schwankung gehabt. Das 2-1 ist halt komplett Banane. Das ist der eine Verteidiger, der einfach spekuliert, dass er in die Mitte zieht, aber der läuft einfach recht vorbei. Es ist halt kein Verteidiger mehr gewohnt, dass einfach ein gegnerischer Mittelfeldspieler losdribbelt. Du hast halt richtig gemerkt, die haben halt alle die ganze Zeit gedacht, jetzt muss Giri den Pass spielen. Und dann sind sie alle nach rechts und nach links und dann in die Deckung gegangen. Und Giri ist aber einfach weiter gerade durchgelaufen, hat das Ding reingeballert. Das hab ich schon häufiger jetzt in dieser jungen Saison beobachtet, auch ein Sechser. Zum Beispiel Hasebe hat man auch gesehen oder auch Innenverteidiger, Hitteregger, die plötzlich überhaupt nicht angegriffen werden. Und ich denk dann immer, okay, die wollen den Innenverteidiger locken. Aber dann denk ich mir so, okay, fuck, der ist jetzt einfach mal bis zum gegnerischen 16er durchgelaufen. Das kann doch nicht im Interesse sein. Und alle ziehen sich zurück, wollen irgendwelche Passwege zustellen und der denkt sich einfach nur, Moment, ich hab immer noch Platz, ich hab immer noch Platz, ich hab immer noch Platz. Das ist so ein mächtiges Mittel, das müssen sie öfters machen. Das müssen sie öfters machen, finde ich. Also, das ist so ein mächtiges Mittel in der Bundesliga, weil du halt genau dann, du hast halt überall eine Mannorientierung, du hast halt überall einen Mann, wo du guckst, okay, da hast du auch Gegenspieler, da hast du auch Gegenspieler, aber den Innenverteidiger hat dann keiner. Und wenn der dann, du musst ja gar nicht durchrennen, einfach so ein paar Meter nach vorne machst, besser einen Passwinkel, die er schleicht. Und einfach dann irgendwann den Gegner zum Reagieren bringst. So ein klassischer Naldo. Ja, so ein klassischer Naldo. Ja, Lucio noch mehr. So ist Manchester City Meister geworden. Lucio wurde auch immer angekackt, wenn er zu weit nach vorne liefst. War es nicht Trapattoni, der Lucio mal angebrüllt hat, dass er nicht so weit nach vorne laufen war? Lucio war eigentlich Stürmer, der ein Verteidigertrikot anhatte, aber Lucio wollte eigentlich Stürmer sein, der ist immer nach vorne gerannt. So Leute wie Lucio gibt's aber nicht mehr. Skiri hat auch ein gutes Spiel gemacht. Skiri, Skiri, Festrate ist halt schon mein neuer Lieblingsdoppel-6. Wer hatten die eigentlich bei Kick-Base beide? Du wahrscheinlich. Stand da gerade, dass Grifo wechselt? Skiri, Festrate. Ein bisschen, ich hab jetzt auch gelernt, ich hab jetzt netterweise, das Publikum hat mir gesagt, Easy-Bouet, den ich nicht aussprechen kann, den darf man Easy nennen. Das ist ja Easy. Das ist ja Easy. Wo wir grad beim Thema sind, Freiburg kauft Grifo am Deadline-Day. Oh, interessant. Oder nach Hause zurück. Ja, der ist ein bisschen geweltenbummelt, ne? Erst was Freiburg, Hoffenheim. Freiburg ausgeliehen. Nee, Freiburg-Gladbach, Hoffenheim, irgendwie so. Und jetzt wieder, ähm ... Freiburg ist gut für Freiburg, gut für Grifo auch. Weil da hat er echt gut funktioniert. Ja, da sieht man mal wieder, das war ein Spieler, der dann auch vom Talent her vielleicht für Höheres bestimmt war, aber muss sich einfach auch im Umfeld wohlfühlen. Und dann ist vielleicht einfach Freiburg der richtige Verein für den Grifo. Und für Freiburg sicherlich ein starker Transfer. Glückwunsch. Das denk ich auch. Gut, dann haben wir noch ... Wie bitte? Haben wir noch ein Spiel? Doch, wir haben noch Schalke gegen Hertha. Ja, schade, dass wir das ... Es tut uns auch ein bisschen leid für die Schalke-Fans, dass wir das ans Ende packen. Ja, die Hertha-Fans werden sich wahrscheinlich zum ersten Mal freuen, dass wir nicht so viel Zeit für sie haben. Aber Schalke, muss man schon sagen, das war ein richtig ordentlicher Auftritt. 3 zu 0 auch in der Höhe, jetzt nicht unverdient. Gutes Spiel gemacht. Sie haben jetzt am Anfang sehr effizient, sagen wir mal. Ich glaub, mit einem Torschuss, drei Tore oder ... Irgendwie so ein Eigentor war dabei. Zwei Eigentore, ja. Zwei Eigentore waren dabei, sozusagen. Das eine wäre nicht mal reingegangen, von was Burgsteller da gemacht hat. Und ich glaub, der erste richtige Torschuss war dann irgendwie das 3 zu 0. Also, es war schon sehr effizient, aber es war trotzdem kein schlechtes Spiel. Ja, was ... Dieses 4-2-1, was sie spielen, die Schalker, unter dem neuen Trainer Wagner, das steht und fällt, find ich, immer damit, ob der Zehner irgendwas macht. Ob der Zehner gut in Form ist, ob der da eine Kreativität reinbringt, weil die Schalker-Doppel-6 ist jetzt nicht mega kreativ. Das muss der Zehner abfangen. Und Harit hat ein richtig geiles Spiel gemacht jetzt gegen ... Berlin war auch an allen Toren mehr oder minder beteiligt. Und dann machst du kreativ arme Lina schon 3 zu 0 platt, auch wenn's ein bisschen hart war. Aber warum funktioniert die Offensive dann nicht bei den Herthanern? So viel Geld auszugeben, Selke dann auf der Bank. Selke auf der Bank, look back ja auch noch nicht so richtig rein. Ja, der ist relativ ... Ich weiß es nicht. Das ist auch eine spannende Frage. Ich bin auch noch nicht so richtig schlüssig, was Sovic eigentlich genau anders machen will. Doppelsturm. Doppelsturm, ja. Heißt der wirklich Sovic? Sovic. Antin Sovic. Ja, diese Show ist hier auch zu Ende jetzt. Wir haben jetzt leider am Ende nicht mehr so viel Zeit gehabt für Schalke. Es tut uns leid. Aber eigentlich im Grunde hatten wir uns eh schon mal davon verabschiedet, dass wir dann jedes Spiel gleichberechtigt lang besprechen wollen. Aber die haben heute nämlich auch einen tollen Grund gehabt mit dir, Max. Das war ein sehr interessanter Einblick in die Abläufe bei Eintreff Frankfurt, wie man da so reinkommt und was man da so macht. Ich werde jetzt auch Moras Makro nehmen und mal beim HSV anklopfen. Ja, checkt auf jeden Fall sein Instagram-Account, Max Garlis. Heißt er auch so wie du. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Immer wieder gerne. Lass uns noch mal so eine ... Nils war ja das letzte Mal nicht dabei. Aber da mach ich auch diesmal. Du darfst auch mitmachen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir das vielleicht noch mal machen. Ich war an dem Tag auch nicht 100%. Und das alte Video einfach löschen. Wir müssen es ja gar nicht erwähnen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir noch mal so eine Elfmeter-Challenge machen. Bin ich voll dabei. Lass das gerne machen. Aber auch zeitnah, bevor der Winter kommt. Weil sobald die Blätter fallen, ist mir das zu kalt. Aber wir hatten das letzte Mal doch diesen Profi-Torwart. Weiß noch. Ja. Wir holen uns ... Sollen wir einen Profi-Torwart haben? Ja, bitte engagieren. Aber richtig gut, weil ich bin jetzt ja dabei. So, vielen Dank. Aber wo richtig gut ist, geht hier richtig gut weiter. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns morgen mit Bundesliga International. Jetzt bleibt mal hier auf RocketBunds.TV. Tschüss. Vielen Dank, Max. Vielen Dank euch. Vielen Dank euch. Tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.